In dieser Ausgabe des Shadowcasts geht unser Alphabetisierungsherbst in die zweite Runde. Wir sprechen über Schattenfall, den zweiten Roman der Alphabet-Trilogie, und reden darüber, warum er weiterhin mit seinen Pilotengeschichten zu überzeugen weiß. Diesmal der Fokus auf nur einen Planeten eine sehr gute Entscheidung war, aber hier und da bei der Darstellung der Macht nicht immer unseren Geschmack trifft. All das in dieser Ausgabe ausgelesen. Viel Spaß! Das ist nicht, wie die Forza funktioniert. Wie ihr wisst, wir besprechen jetzt die ganze Alphabet-Trilogie. Das heißt, das ist jetzt unsere zweite Ausgabe. In knapp einem Monat werden wir dann auch Band 3 besprechen, der Ende August dann auch bei Bloor Valley auf deutscher Schiene ist. Und da sind wir alle schon sehr gespannt drauf, denn den kennen wir zum Zeitpunkt der Aufnahme tatsächlich alle noch nicht. Das heißt, heute muss ich auch Lukas gar nicht zurückhalten. Nicht wie beim ersten Band. Das ist doch auch mal angenehm, oder Lukas? Absolut. Jetzt sind wir alle auf dem selben Stand. Da können auch keine versehentlichen Spoiler rausrutschen oder Hinweise. Ja, von daher perfekt. Genau. Wir sind ja jetzt hier bei Star Wars, und da gibt es ja immer diese Trilogie-Struktur. Was habt ihr euch denn deswegen erwartet von dem dritten Band? Wenn man so an klassische Vertreter der Trilogien denkt, wie Imperium schlägt zurück oder so. Dass die Helden zerstreut werden. Definitiv kein Roman, in dem es jetzt schon einen finalen Kampf geben wird, sondern wo irgendwas passieren wird, was alle auf nochmal eine eigene Reise lenken wird. Ja, und auf jeden Fall den einen oder anderen Rückschlag, in dem möglicherweise auch mal unsere Antagonisten die Oberhand haben. Das muss ja auch spannend bleiben. Genau. Und eine Vertiefung von allem. Also, dass wir noch mehr über Vergangenheiten erfahren, dass wir noch mehr über Figuren erfahren, dass es Konstellationen gibt, die man im ersten Band nicht so hatte. Okay, ja, also, nach dem ersten Band hatte ich auch so meine gewissen Erwartungen. Wir haben ja auch ein bisschen spekuliert, was dann so passieren wird mit Quell und solche Entscheidungen kommen. Ich habe nicht alles erwartet. Das Buch geht auch tatsächlich mal ein paar Wege, die ich nicht von Freed erwartet hätte, was ich ganz spannend fand. Und ansonsten, ja, alles weitere dann im Spoiler-Teil. Aber auf jeden Fall, die Erwartungen waren hoch und sie wurden größtenteils erfüllt. Wie sieht es denn da mit der Handlung aus? Wir haben im ersten Teil gesagt, die hatten ein bisschen langsamen Handlungsaufbau, wir lernen die Figuren kennen. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Ist jetzt hier das Pacing ein bisschen angezogen oder sind wir immer noch eher in dieser figurenfokussierten Handlung, die jetzt wenig große Sprünge macht, sondern eher kontinuierlich voranschreitet? Die Handlung an sich und das Ziel der Handlung fand ich tatsächlich etwas stringenter als im ersten Teil und besser zu verfolgen, weil es sich ja auch so handlungsortsmäßig eher ein bisschen konzentriert hat. Allerdings sind die Charaktere ja ein bisschen auseinandergegangen, weswegen sich das Ganze dann doch wieder ganz schön zerstreut hat. Genau, wir haben ja nicht viele Zeitsprünge. Wir haben ein klares, zentrales Setting, einen Ort. Ich habe auch das Gefühl, generell die Handlung deckt nicht so einen großen Zeitraum ab, auch wenn es nie so klar gesagt wird. Und es geht ja auch direkt los. Es gibt keinen Prolog, so viel sei schon verraten, der irgendwie erst mal klar macht, so, da sind wir jetzt, sondern es geht ja direkt dann mit dem Ziel und dem Ort los, wo wir dann auch später bleiben. Genau, ja. Also es ist ein direkter Einstieg. Es geht auch, wie gesagt, das gleich los mit Kapitel 1, nicht wie beim anderen, noch mit einem Prolog oder so. Genau. Und welche Figur würdet ihr sagen jetzt, also ich muss ehrlich sagen, ich habe vergessen, was er im ersten Roman hat, aber welche Figur, hat sich die Figur geändert vielleicht, die euch am meisten überzeugt hat oder die euch begeistern konnte? Also welche sticht Eure mal noch am meisten heraus, bei dem Roman, auf die man sich freuen kann, wo man sagt, hey, hätte ich nicht erwartet, oder habe ich erwartet? Es ist schwierig, da eine Person zu nennen, weil alle auf eine andere Art und Weise beleuchtet werden. Manche auch ein bisschen zurückstecken. Ja, vermutlich am meisten ist vielleicht noch Will Lark hervorgestochen so in seiner Reise, wobei auch, ja, Erika und Chas haben auch ihre eigenen Reisen durchgemacht, deswegen fällt mir das jetzt überhaupt nicht leichter, eine Person rauszunehmen. Aber ich denke, die interessanteste Reise mit dem interessantesten Punkt auch am Ende hat auf jeden Fall Erika durchgemacht in diesem Roman. Ja, sehe ich genauso. Also die, spätestens wenn es dann zerstreut ist, die Szenen mit Erika sind auch die, wo ich dann am meisten gemerkt habe, ja, hier will ich jetzt weiterlesen, hier will ich am meisten erfahren, wie es weitergeht. Aber für mich persönlich hat Aiden vor allem nochmal sich eine ganze Ecke interessanter gemacht, zumindest an manchen Stellen. Also ist so viel vorweggenommen schon, wir sind noch im spoilerfreien Teil, aber definitiv Aiden, ja, wenn ich so im Vergleich mit dem ersten Band. Okay, jetzt noch so generell, wie findet ihr die Arbeit von Frieden, in dem Fall wieder, so diese Post-Endor-Atmosphäre einzufangen, die Darstellung der Neuen Republik und so, die auch vielleicht wieder der Militäralltag, also sowas, was man jetzt halbwegs spoilerfrei sagen kann. Gelingt das oder ist der Fokus vielleicht zu sehr auf den Hauptfiguren oder wie sieht es aus? Ich fand es total interessant, wie das hier beschrieben wurde. Es ist auch nicht unbedingt ein Thema, wo ich mich großartig auskenne, so Krieg, auch Guerillakrieg und diese kleinen Fraktionen, die überall gegeneinander kämpfen und eben auch auf diesem Planeten oder in dem Planetensystem, wo man sich hier befindet, die dort, ja, eben Rückschläge erreichen, aber auch mal wieder einen Erfolg. Also es geht immer hin und her und man hat nicht so dieses, wie man es in Star Wars oft gewohnt ist, dass es eine große Schlacht gibt und dann gibt es einen Gewinner und einen Verlierer, sondern das hin und her, das fand ich schon ziemlich gut dargestellt und auch einfach die Folgen davon, dass die Leute zum Beispiel nicht schlafen und total erschöpft sind, das sieht man eben in den Filmen gar nicht. Das fand ich schon sehr gut dargestellt. Wo du die Atmosphäre nach Endor auch erwähnst, Tobias, ich hatte schon in meiner Rezension damals geschrieben, dass ich ziemlich spannend finde, wie der Konflikt um das Kerberon-System hier fast schon wie eine Art Modell zur ganzen Galaxis wirkt. Also als wäre es die Metapher für den Krieg und wo er sich gerade befindet zwischen Endor und Jakku und wie eben die Kämpfe ablaufen und was das Imperium noch versucht zu erreichen, was die Neue Republik versucht zu erreichen. Das ist alles sehr schön, als hätten wir hier eine Modellstadt, anhand dessen man größere, größere Sachen irgendwie ja übertragen kann, nur halt ins Kleine. Das fand ich sehr spannend bei dem Roman. Ja, generell hat er so ein bisschen auch andere metaphorische Sachen. Hier hat mir so ein bisschen dieser Rollenwechsel aufgefallen mit dieser planetarischen Verankerung jetzt, die jetzt nicht mehr auf Seiten des Imperiums ist, sondern auf Seiten der Neuen Republik. Also im ersten Teil war ja das Imperium die Fraktion im Roman, die mit Pandemnai diesen festen Punkt hatte. Jetzt ist die Republik eigentlich die, die sagt, hey, wir haben jetzt hier einen Punkt und lassen die anderen mal zu uns kommen sozusagen. Also ist auch noch ein bisschen so ein Rollentausch einfach in dem Fall. Was auch gut dazu passt, dass der Roman ja auch den Namen, zumindest im Namen den Titel von dem feindlichen Geschwader trägt. Ja, ich möchte jetzt eigentlich nur noch ganz kurz im spoilerfreien Teil etwas ansprechen, was Patricia nicht mitbekommen hat, aber Lukas und ich. Und zwar die wunderbaren Übersetzungen von Blowerly. Mir ist es schleierhaft, wie man in der Trilogie ständig an die Übersetzung wechseln kann. Also das hatten wir schon bei High Republic, Licht der Jedi gegenüber Zeichen des Sturms. Plötzlich hieß da Hund oder die Aschehündin nicht mehr Ember, sondern Funke. Und hier haben wir es jetzt ähnlich. Da heißt die Persever, nicht mehr Persever, sondern Verfolger. Da heißt die Vanguard-Staffel, die sogar im Videospiel auf Deutsch, also in Star Wars Quadrants, im Videospiel auf Deutsch Vanguard-Staffel genannt wird. Plötzlich Vorreiter-Staffel, dass man erst mal beim ersten Lesen denkt, ist es jetzt eine ganz andere Staffel oder warum heißt die jetzt plötzlich anders? Und ja, die Lodestar heißt jetzt Lightstern. Also ja, man benennt Schreinberg gerne im zweiten Teil einer Trilogie Sachen um, obwohl man sie im ersten Teil noch im Original gelassen hat. Fragt mich nicht, wo der Sinn dahinter ist. Ich finde sie jedenfalls nicht schön. Einmal wird sie sogar zur Vorhut-Staffel. Also innerhalb des Romans wird auch noch die Übersetzung variiert mit diesem Wort. Ja, keine Ahnung, welche Gedanken da wahrscheinlich keine dahinter sind. Ich verstehe es bis heute nicht, aber gut. Ist aber wie gesagt immer so irgendwie bei Trilogien, dass im ersten Teil noch Sachen den eigenen Namen behalten und plötzlich werden sie dann im zweiten noch geändert und dann noch mehr eingedeutscht. Welchen Sinn das hat, keine Ahnung. Aber gut. Nur, dass ihr Bescheid wisst, bevor ihr die Romane lest. Da gibt es ein paar Namen, die jetzt vielleicht ihr euch im Kopf übersetzen müsst, um die Schiffe und Staffeln wiederzuerkennen. Gut. Dann können wir zum Spoiler-Teil übergehen. Das ist mir tatsächlich gar nicht so aktiv aufgefallen, erst als ich dann nochmal in Lukas' Rezension geschrieben habe, äh, geschrieben habe, geschaut habe, dass wir nur zwei Teile haben. Also, ich habe auch bei meinen Notizen aufgeschrieben, Part 2 und so, und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, klar. Und dann, als ich heute nochmal durchgeblättert habe, habe ich gedacht, oh, da fehlt ja wirklich dritter Teil. Also wir haben wirklich nur eine zweigeteilte Handlung sozusagen. Mit diesem Haupt-Set-Piece in der Mitte oder diese Haupt-Enthüllung in der Mitte, zusammen mit dem Angriff des Schattengeschwaders, also der Enthüllung, dass, äh, über Erikas Vergangenheit und ihrem wirklichen oder tatsächlichen Fortgang aus dem Schattengeschwader erst nach Nachronis, was ja am Ende des ersten Romans nur Neff und, äh, Aiden wussten, und eben den Angriff des Schattengeschwaders auf Troif. Das ist so der Wendepunkt. Ja, und, ähm, wie würdet ihr sagen, also ich hätte gesagt, die erste Hälfte ist so ein bisschen das, was wir im ersten Roman in der ersten Hälfte hatten, nur halt ein bisschen fortgeschrittener dadurch, dass es das Schattengeschwader schon gibt, aber zumindest so diese Neuformierung, dieses sich zurechtfinden, Ressourcen finden und sowas, was uns da erzählt wird, zumindest auf Seiten des Schattengeschwaders. Stimmt, ich finde auch die, die Zweiteilung des Romans ergibt jetzt rückblickend total viel Sinn, wenn man sich den Roman als Ganzes nochmal anguckt und nicht während man gerade noch am Lesen ist, weil es tatsächlich, ja, wie so zwei gespaltene Handlungen sind. Einmal eben das, wo noch gemeinsam an einem Strang gezogen wird und dann das, wo jeder alleine seinen eigenen Gegweg gehen muss und sich selber durchschlagen muss. Deswegen, ja, ist tatsächlich eine ganz gute Beobachtung, dass wir nur zwei Teile haben und ergibt erzählerisch sehr viel Sinn. Ja, ihr wartet, als würde ich noch was sagen. Ja, sagst du noch was? Ja, das überlege ich gerade. Ja, witzigerweise musste ich gerade an The High Republic denken, wo ich am Anfang dachte, es wird drei Phasen, drei Wellen geben und dann bestand die zweite Phase plötzlich nur aus zwei Wellen und an dem Gedanken habe ich mich gerade ein bisschen verloren. Ich finde generell interessant, wie wenig Flieger-Action-Szenen der Roman doch tatsächlich hat und beim ersten Band war es ja so, dass die drei Teile alle so mehr oder weniger ihre, die hatten einen relativ gleichen Wechsel aus Flieger-Szenen und dann eher alltäglichen Szenen oder Einsatzbesprechungen oder Szenen, mal wo man die Figuren miteinander bei irgendwas erlebt und hier hat man deutlich mehr Letzteres. Also im Prinzip gibt es ja am Anfang den größeren Kampf, der das Ganze eröffnet, dann endet der erste Teil so und dann dauert es erst mal wieder eine Weile. Du hattest es ja vorhin schon anklingen lassen, Tobias, dass Fried auch wirklich unerwartete Sachen macht, die man in Romanen von ihm eher weniger bisher so hatte. Insofern ist das, denke ich mal, auch der Teil der Trilogie, in dem man am wenigsten, in dem man am meisten aus diesem, aus der Struktur rausbricht und der am wenigsten seinem Genre halt entspricht, dass es jetzt ein Pilotenroman ist. Genau, und dass es da eben strukturell schon auch gleich rausschlägt, finde ich spannend. Umso spannender, wie es dann im dritten Teil sein wird. Was wir alle noch nicht wissen. Ja, eben. Also von daher bin ich mal gespannt, wie da der Aufbau ist und ob man da überhaupt noch von einem Fliegerroman quasi sprechen kann oder ob es sich immer mehr davon entfernt. Aber gut, es muss ja noch irgendwann zum großen Endkampf oder so kommen. Erwarten wir zumindest. Mal schauen. Ja, genau. Also das ist halt, ich finde, das Ende des ersten Teils mit der Schlacht rund um Troif und dann halt, wie gesagt, dem Versuch des Schattengeschwaders da anzugreifen und dann aber quasi sich gegenseitig die Pläne wegzunehmen. Also sowohl die Republik schafft es nicht, das Schattengeschwader in der Falle zu locken, als auch das Schattengeschwader schafft es nicht, die Republik zu übertrumpfen. War am Ende dann schon fast ein bisschen hektisch. Also diese ganzen Schauplätze, die es da gab auf dem zweiten Planeten dann noch Quells Aktion mit dem Quasarfeuerkreuzer, der ja eigentlich zum Rückzug da irgendwo geparkt wurde und dann noch der Absturz der beiden Hauptschiffe, also der Sternzerstörers und der Leitstern oder Lodestar. Da war ganz schön viel los zum Wechsel und dann, wie gesagt, noch die Enthüllung rund um Quell und dieses Auseinanderreißen der Gruppe, wo wir später auf jeden Fall auch nochmal drüber reden müssen. Ja und im zweiten Teil ist es ja dann primär, ich habe es genannt, ein Kammerspiel in mehreren Räumen, weil wir ja wirklich mit Quell stranden, wir sind mit Jazz auch auf einem, ja auf einem Planeten und dann auch sozusagen in einem Kammerspiel in dem Kloster, wo sie sich rumtreibt und mit ihren Vergangenheitsdämonen und ihrer Zukunft zu kämpfen hat. Wir sind mit Nev und Will unter der Oberfläche und damit auch in geschlossenen Räumen und das Schattengeschwader ist ja auch irgendwie so ein bisschen dabei, so schnell wie möglich wieder von dem Planeten zu verschwinden. Also da geht es dann sehr, sehr ins kleine Detail bei den jeweiligen Gruppen, worüber wir genau dann noch kommen werden. Fangen wir doch mal an, dass wir jetzt hier generell schon eher fokussierter sind. Ich glaube, in deiner Rezension hast du es auch angesprochen, Lukas, mit, dass man sich hier mal stark auf ein System fokussiert. Was ist in deiner Meinung nach dann der große Vorteil davon? Oder wie spielt Freed diesen Vorteil aus oder beziehungsweise hat es auch Nachteile? Na, der Punkt ist, oft wirken ja Star Wars-Systeme oder Planeten finde ich immer sehr, sehr überschaubar beziehungsweise homogen einfach. Also Tatooine ist nur Wüste und dann kennen wir halt Mos Espa, Mos Eisley, Jabba's Palast und das obwohl Tatooine ein Planet ist, der ziemlich oft besucht wird. Und hier haben wir halt die Möglichkeit, im Gegensatz zu anderen Systemen, die in Romanen nur schnell oberflächlich auch beschrieben werden, die nur kurz besucht werden, dass man hier den kompletten Roman über Zeit hat, um das komplette System zu etablieren. Also sowohl Trois, die Hauptwelt, als auch Asteroiden, die besiedelt sind teilweise, Stationen, Monde im ganzen System und dann eben dort auch mehrere Orte und mehrere, mehrere Kulturen, Geschichte. Also ich glaube, wir haben wenig so ausgearbeitete Systeme überhaupt bei Star Wars und Star Wars Literatur gehabt. Das stimmt ja, man lernt den Planeten oder das System mit allen seinen Facetten kennen. Ich fand es teilweise schon ein bisschen zu viel, dass man ja wie so ein bisschen Infodumping hatte und diese Fabrik gibt es auch noch und hier wird das gemacht und hier wird das gemacht und vor so und so vielen Jahren war der Planet übrigens hierfür da. Also es war schon ziemlich viel, aber ich glaube, um diesen Konflikt ein bisschen glaubhafter zu machen und auch die Population, die auf dem Planeten lebt, war das sehr sinnvoll, dass man das eben darauf begrenzt und dann sich auch die Zeit dafür nimmt, den Planeten und die ganzen Schauplätze zu etablieren. Ansonsten wäre es nämlich so gewesen, dass zum Beispiel Chars einfach auf diesem Kloster ist und man sich denkt, ja gut, okay, die läuft da jetzt eben irgendwo rum, aber man hat sogar keinen Bezug dazu, aber dadurch, dass man eben auch weiß, wofür der Planet steht, was da für Menschen leben, macht es das Ganze einfach, gibt dem Ganzen eine größere Tragweite. Ja, und das ist vor allem auch alles schon von Anfang an so nebenbei etabliert wurde, also gerade diese Kinder der leeren Sonne oder so, die wurden ja schon ganz am Anfang auch mit erwähnt immer, diese Machtkulte, die sich da wegen dem schwarzen Loch geformt haben, weil das System hat ja keine Sonne, glaube ich, sondern halt ein schwarzes Loch im Zentrum und das wird halt dann so gewisserweise angebetet, das ewige Nichts, wenn man so will. Was halt auch der, wie Lukas schon gesagt hat, diese eigene Kultur, die man dann auch überall spürt auf den ganzen Planetenablegern spürt und auch Troif selbst mit diesem, ja, etwas Coruscant Light sozusagen, was noch ein bisschen natürliche Oberfläche hat, die aber dann meistens dadurch hervorsticht, dass sie ausgebeutet wurde, um eben auf der anderen Hälfte des Planeten, diesen Stadtplaneten zu bauen, finde ich auch eine kreative, schöne Idee, weil bei Coruscant fragt man sich immer, wo kommt denn das ganze Zeug her, weil Troif haben sie es einfach von der einen Seite auf die andere geschaufelt und haben da draußen Stadt gebaut. Ich habe geschrieben so ein bisschen wie in der neuesten Visions-Folge da, also der, The Pit oder wie die hieß, wo die einen gebuddelt und die anderen hochgebaut haben. Ist auch sehr schön, mal im Tiefkern unterwegs zu sein, ja. Nachdem Star Wars ja meistens eher im Autorim ist. Entschuldigung. Macht nichts. Ich fand es sehr interessant, dass dieses System durch das schwarze Loch ja auch schon so ein bisschen verdammt ist, dass man weiß, irgendwann wird das sowieso alles untergehen, aber trotzdem wird sich die Mühe gemacht, darum zu kämpfen, weil momentan noch Menschen dort leben. Das fand ich auch einfach philosophisch eine ganz gute Frage. Und es gibt auch den ganzen Konflikt, wie du schon sagst, dass wir noch Leute dort leben, auch eine andere Dimension so ein bisschen. Klar, wir haben auf Pandemie waren ja auch Leute, aber ich glaube, das waren ja primär so Arbeiter noch und so kleinere Siedlungen. Hier haben wir halt wirklich ein Stadtplanet, also es geht hier auch wirklich um Mengen. Also ob der Planet vielleicht jetzt strategisch so wichtig ist, ist eine andere Frage, aber einfach die Anzahl an Leuten, die da leben und die man verteidigen muss und was ja auch dann später Will Larks primäres Ziel eigentlich ist, diese Leute zu schützen, merkt man schon stark, dass da auf jeden Fall es sich lohnt, darum zu kämpfen und das scheint das Imperium ja schließlich auch zu sehen. Sonst würden sie sich da nicht so gegen wehren. Gouverneur, Hastemore und Co. Ja, mir hat das Worldbuilding also im Prinzip auch sehr gut gefallen, nur ein bisschen schwierig war es dann, was Patrizia auch gesagt hat, mir ist ein teilweise Infodumping, ja jetzt sind wir hier im Netz und hier gibt es noch oder The Net oder wie das hieß, halt dieser Bezirk, der Raumschiffe herstellt und die dann was zur Verfügung stellen. Also mir hat dann trotzdem die Orientierung gefehlt. Also klar, es wurde gesagt, hier ist das Regierungsviertel, hier ist dieser besondere Platz und so weiter und hier weiter außerhalb gibt es das und das und die und die Gärten. Aber so richtig so, dass ich jetzt in meinem Kopf einen Stadtplan von Troif mir hätte ausbauen können, war es jetzt auch wieder nicht, sondern weil du halt immer noch diese Ebene hast, ist, dass da halt primär um Flieger geht, die halt mit ihrem Schiff von links nach F und A nach B fliegen, fehlt dir halt so ein bisschen die örtliche Orientierung einfach, weil du denkst halt, ja die können ja überall hinfliegen. Also wie groß ist jetzt diese Stadt eigentlich und wie zerstreut ist das alles, wie hoch sind manche Hochhäuser und so weiter. Da hat mir so ein bisschen das Bild gefehlt, aber prinzipiell an Menge war auf jeden Fall glaubwürdig, dass das ein ganzer Planet ist oder ein ganzes System, was da etabliert wurde. Also es wurde nicht nur ein oder zwei Hochhäuser mal erwähnt und dann war es Schluss. Also von daher, da war einiges dabei. Rein technisch gesehen ist es halt praktisch, weil wir dadurch nicht in jedem Kapitel neue Orte etablieren müssen. Weil es war ja im ersten Band noch so, größtenteils, bis auf Pandemai vielleicht am Ende, aber ansonsten. Sie sind auf diesem Waldplanet geflogen, wo dieser Jedi-Tempel war, da musste man da einiges an Worldbuilding machen, wo, was ist das für ein Planet, wie sind die da hingekommen, warum hat die Rebellion da ein Versteck und so weiter und so fort. Und hier hat man halt immer, ja wir sind auf Troif und dann halt auf dem und dem Platz, aber du hast schon so eine grobe Idee, was das bedeutet sozusagen. Wenn jemand sagt, wir sind auf Troif und hier und hier. Also auch einfach effizient, um mehr Handlung reinzubringen bei gleichbleibendem Worldbuilding. Definitiv, ja. Und Handlung gibt es dann ja auch gerade im zweiten Teil echt einige. Genau, dann ist gut, wenn man sich nicht nur mit Worldbuilding aufhalten muss. Genau, und wie gesagt, der Rollentausch ist mir halt noch aufgefallen, dass die Republik jetzt eigentlich diejenigen sind, die da sind und sagen, ja, kommt doch her, so nach dem Motto, wir sind bereit. Und dann auch quasi ihr Plan scheitert, wie damals von Norris über Pandemnai. Wohingegen gerade im ersten Teil halt das Schattengeschwader die Einheit oder dieses Geschwader ist, was noch am meisten neue Orte besucht, um sich halt wieder aufzurüsten. Also quasi das, was im ersten Teil noch das Alphabetgeschwader gemacht hat. Informationen beschaffen und Ressourcen finden. Und sich an den neuen Kommandanten gewöhnen. Berater. Genau. De facto, genau. Ja, das ist auch schön, wie Keys Rolle hier Erikas Rolle aus dem ersten Mann widerspiegelt und wie es auch die in der Truppe gibt, die noch skeptisch sind und wie Keys im ersten Teil erstmal da reinwachsen muss, sein altes Geschwader wieder anzuführen. Gut. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, jetzt wird es schwierig, weil der Roman hat, also für alle, die vielleicht jetzt hier zuhören und nicht gelesen haben, gibt es ja auch, mache ich auch manchmal bei Videospiel-Podcasts, wenn ich das Spiel nicht gespielt habe, höre ich schwarz in den Podcast dazu. Deswegen, der Roman ist aufgebaut, der hat 20 oder 21 Kapitel, 22, 21, egal, auf jeden Fall nicht so viele, wie beim ersten noch, wieder sehr lange, aber diesmal sind sie auch im Deutschen mit römischen Zahlen zwischendurch unterteilt und wir haben teilweise, also in extremen Abschnitten haben wir bis zu sieben Perspektivwechsel innerhalb eines Kapitels und das geht immer zu hin und her und jetzt haben wir uns überlegt, wie bespricht man das am besten und wir sind wieder auf unsere Figuren-Ebene gekommen, das heißt, wir versuchen es trotzdem anhand der Figuren zu besprechen und nicht zu sehr anhand chronologischer Handlungen, weil wir dann immerzu auch springen würden und das wäre dann ein bisschen verwirrend, denn bei 560 Seiten kann man das machen, aber bei einer Zwei-Stunden-Besprechung immerzu von Szene zu Szene springt, das ist ein bisschen verlastend. Deswegen bleiben wir bei den Figuren und fanden jetzt einfach mal mit Erica Quell an, die primär eigentlich im ersten Teil noch von der Sorge geplagt wird, dass die Wahrheit um ihr Verschwinden aus dem Imperial-Militär jetzt doch ans Licht kommen könnte. Wie hat euch denn die Darstellung oder die Fortführung der Darstellung gefallen? War sie eurer Meinung auch immer noch diese distanzierte Person oder hat sich das noch verschärft dadurch, dass sie wusste, dass Aiden jetzt diese Kontrolle über sie hat oder wie habt ihr Quell im ersten Teil, also im ersten Teil des Romans jetzt hier wahrgenommen? Ich finde, sie hatte eine sehr interessante Rolle, weil man ein bisschen gemerkt hat, dass sie versucht, sich zu öffnen und auch nicht immer nur für sich alleine bleibt und mir hat auch gerade das gefallen, was in dieser Therapiesitzung ganz am Anfang besprochen wurde, dass sie sich immer wieder an Dinge erinnert, weil sie jetzt so ihr Trauma akzeptiert hat und dann die ganze Zeit irgendwelche Erinnerungen kommen und sie teilweise auch Nath zum Beispiel Zion nennt beim falschen Namen. Weil der in den Helm gekutzt hat. Ja. Dass sie da Dinge durcheinander bringt, das fand ich total einfach nachvollziehbar erzählt, dass da wirklich ins Detail gegangen wird und auch so Kleinigkeiten jetzt nicht unbedingt groß gemacht werden, aber sie trotzdem erwähnt werden. Deswegen fand ich ihre Rolle so gerade am Anfang des Romans die spannendste und dann wurde sie ja eher so Richtung Mitte ein bisschen auf die Rückbank gesetzt und dann gegen Ende hat sie wieder ein bisschen mehr Page-Time bekommen. Aber ich fand sie auf jeden Fall nachvollziehbar, so wie sie geschrieben wurde. Ja, da gehe ich mit. Ein bisschen Zeit ist ja auch vergangen seit dem ersten Band und ich hatte halt das Gefühl, wo sich der erste viel darauf konzentrierte Quell eben da einzugliedern in die Gruppe und ihre Entwicklung vom Schattengeschwader zur Neuen Republik hin zu erzählen, dass sie jetzt da im Prinzip angekommen war. Umso ärgerlicher ja das Timing, mit dem es dann die große Entschuldung gibt, aber wie erwartet das man dann noch anders dramaturgisch. Ich wollte gerade sagen, also das war natürlich auch ein bisschen gewollt wahrscheinlich im ersten Teil, so dieses noch stärker Pushen Richtung, ja, ich bin endlich angekommen und ich arrangiere mich langsam mit meiner Rolle, habe nicht mehr so viele Gedanken da immerzu über ja, wie wäre es denn jetzt gewesen, wenn ich noch im Ferien wäre und so. Ja, aber dann kommt es wie gesagt zu dieser Enthüllung. Warum kommen wir dann gleich noch drauf, wenn wir bei Aiden sind? Aber ja, habt ihr das verstanden, dann ihre, ich meine durch die Trennung der Gruppe, fangen wir mal so rum an, sind ja alle mit ihren Gedanken so gewisserweise allein. Habt ihr ihren Gedankengang bis zu ihrer finalen Entscheidung nachvollziehen können dann im zweiten Teil oder würde ich sagen, da ist doch ein bisschen, auch ein bisschen ursprüngliche Sympathie dabei, das kann man jetzt nicht nur mit dieser Enthüllung erklären. Also es war schon ein Plottwist am Ende, was sie macht und ich verstehe auch ihre Motivation noch nicht so ganz. Ich glaube, das soll auch noch so ein bisschen offengelassen werden, dass wir nicht genau zu 100 Prozent wissen, macht sie das jetzt aus voller Überzeugung oder hat sie vielleicht doch noch irgendwie einen anderen Plan. Deswegen fand ich das sehr spannend, das alles mitzuerleben und dann auch am Ende da zu sitzen und erst mal drüber nachdenken zu müssen. Ich finde, das macht der Roman sehr oft, dass man das Buch auch mal kurz weglegen kann und dann noch mal drüber nachdenkt, was gerade eigentlich passiert ist und was Charaktere gesagt haben. Ja, da war ja auch noch diese ganze Sache mit dem Turm des Imperators dazwischen, der sie dann dazu locken will, ihr Trauma noch mal zu durchleben und ihr irgendeine emotionale Reaktion entlocken möchte, wo man aber auch nicht ganz weiß, ob der Droide überhaupt die Wahrheit gesagt hat, ob das stimmt oder ob er sie nur ärgern wollte. Deswegen ja, das war generell eine super, super spannende Szene und Sequenz, also vielleicht auch einer meiner liebsten Szenen, die es überhaupt in diesem Buch gab, weil man so gar nicht wusste, was ist Realität, was fühlt sie wirklich noch und warum macht sie das überhaupt? Ja, fand ich total spannend und sitze am Ende immer noch da und frage mich, warum sie sich jetzt dazu entschieden hat, wieder zurückzugehen. Ja, ich glaube auch, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und es in erster Linie uns auf den nächsten Teil heiß machen will. Oder vielleicht ist es ja am Ende doch nur wie Luke in Dark Empire, wenn mich da meine groben Legends-Kenntnisse nicht täuschen. Genau, also dass sie nur, dass sie jetzt drin sein will, um sie von innen heraus zu zerstören und eine harten Kies sein will. Wogegen ja aber manche der Gedanken, die sie bis dahin hatte, dann auch sprechen. Ja, spannend, dass du den Turm und das Trauma gerade erwähnst, weil für mich waren diese Stilbrüche und teilweise auch diese holprigen Erzähltempo- Geschichten im zweiten Teil einen Grund, warum ich nicht die volle Punktzahl in der Rezension gegeben habe, anders als noch bei Band 1, weil ich fand, so das Thema Macht, Mystik und so weiter, das lag Fried gar nicht. Also da, wo der Roman die Militär- und Fluggeschichten verlassen hat und er eher in diese Richtung abgedriftet ist, bei Cessna Czadegs Handlungsstrang ja auch, hat er mich ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch, ob ihr das Gefühl auch manchmal hattet. Ich überlege gerade, auf welche Seite ich mich schlagen will, weil einerseits stimme ich zu bei Patrizia, dass ich das Prinzip schon spannend fand, diese, dieses Stellen sich, also sich seiner, ja, Vergangenheit stellen und dann auch, sie überwindet es ja dann am Ende nicht dadurch, dass sie den Schmerz zulässt, sondern dass sie den Schmerz quasi annimmt und durchschreitet und alles neben sich liegen lässt und sich dadurch halt das Tor öffnet, dadurch, dass sie halt zuläuft und sich nicht einfach dem hingibt. Das, das, das ist im Prinzip eine coole Idee. Für mich persönlich passt es aber einerseits nicht so ganz zum Imperator, da hätte jetzt schon das reine, ja, du musst hier leiden, bis du leidest und nicht mehr kannst, was ITO ja gesagt hat, schon ein bisschen nachvollziehbar gefunden, als das, du musst über deine, deine eigenen Schmerzen hinwegkommen oder so und andererseits muss ich Lukas auch zustimmen, dass ich das jetzt nicht erwartet hätte bei Free, das ist auch das, was ich gesagt habe, dass es halt ein paar Sachen darin gibt, die nicht so wirken, als wäre es von ihm und dadurch halt auch ein bisschen, ja, es ist einfach nicht seine Stärke, glaube ich, so Macht zu schreiben, so dieses Mystische an der Macht und ob das jetzt in dem Roman, weil für mich fühlte sich tatsächlich der ganze Planetoid-Abschnitt mit Quell und Aiden und Co. wie ein Fiebertraub an, also schon von Anfang an, also ist das jetzt wirklich passiert, was ist da jetzt wirklich passiert, was du ja auch schon gesagt hast, das kann man natürlich spannend finden, ich fand, muss aber sagen, es war trotzdem Stilbruch, also wie gesagt, ich bin da immer noch, ich muss sagen, das eine Kapitel dann, das richtige große Kapitel, wo sie sich dann diesen Dingen auch stellt, diesen Ängsten und dann auch durchschreitet und Aiden dann auch stirbt und Co., da war ich schon investet, aber so im Großen und Ganzen habe ich dann irgendwann gedacht, ja, auch wenn man ein paar Einblicke in ihre Vergangenheit dadurch bekommt, dass sie sich an all die schlimmen Sachen erinnert und Annette und so, die, also nicht Annette, sondern Annette und die Entscheidung eben beim Imperial Militär zu bleiben und Co., das ist zwar ganz nett, ein paar mehr Einblicke zu bekommen, aber so richtig zum Punkt kam mir das dann nicht und dann wollte ich schon wieder gern ein bisschen mehr zurück zu Will Lark oder von mir aus auch zu Jazz, obwohl die ja genau das Gleiche eigentlich durchmacht mit ihren Selbstzweifeln. Also es waren dann schon sehr starke Charaktermomente, wo man eher auf Action gewartet hat. Vielleicht liegt es aber auch daran, Lukas, weiß ich nicht, also weil ich gerade gesagt habe, weil man da auf Action gewartet hat, weil man gesagt hat, im zweiten Teil ist es dann ein bisschen runtergefahren, vielleicht wirkt es einfach dadurch so eine gewisse Unwucht da ist zwischen. Ja, vor allem nach dem, nach dem Finale des ersten Teils, Nui, ja vorhin schon mal, das du vorhin schon mal erwähnt hattest, wo da die beiden großen Schiffe untergehen, was sich, wie es beschrieben war und was für Bilder dann im Kopf entstanden sind und dann noch mit dem schwarzen Loch drüber. Ich fand, es war eine der, ich sag mal, cinematischsten, geilsten Stellen, die ich jemals in einem Star Wars Roman gelesen habe. Einfach von dem, was passiert ist und wie Fried es beschrieben hat und dann kam dieser große Knall, dann war erst mal Stille und dann eben dieser lange zweite Teil mit dem, wie er eben strukturiert war. Also jetzt, wo du es sagst, ja, das kann auf jeden Fall dann den Eindruck reingespielt haben. Bin auch überrascht. Also das war ja dann am Ende so eine Anlage wie in Battlefront 2 wahrscheinlich, was man ja da mit Luke und dem Del Mico, glaube ich, aus dem Inferno Squad besucht, so ein Imperator-Hideout-Ding, so ein Speicherort, wo er irgendwie Sachen aufbewahrt. Zumindest habe ich es dann so verstanden. Und das Schiff, was ich finde, das ist ja auch eine Art Tarnschiff, da bin ich auch gespannt, ob das noch irgendwie eine Rolle spielt im dritten Teil dann. Weil, warum sollte man das jetzt einfach verschwenden? Weil es scheint ja schon ein hochmodernes Ding zu sein, wenn es ein Fluchtshuttle vom Imperator ist. Und es war ja auch so beschrieben, es war einerseits altmodisch, aber auch gleichzeitig hochmodern oder so. Ich konnte mir aber jetzt auch kein Schiff drunter vorstellen, dass das anspielen soll. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas im Kopf hattet, was es sein könnte. Aber... Nee, ich habe mich nur gewundert, dass am Ende dann auf einmal Erika auf Kies trifft und das Schiff einfach so gar nicht mehr thematisiert wird und wie sie da hingekommen ist. Da war ja ein kleiner Zeitsprung zwischen ihrem Andocken und dass sie dann auf ihn trifft. Da dachte ich kurz, Moment mal, hat jetzt hier niemand darauf reagiert, dass die mit einem super crazy Schiff hier angekommen ist? Kommt vielleicht noch. Ich denke mal, da wollte Fried am Ende einfach die Überraschung haben, also so diesen schnellen Schnitt hin zu melde mich zum Dienst und dann ist der Roman quasi vorbei oder dann kommt das letzte Kapitel. Nee, obwohl dann ist der Roman vorbei. Das Andocken und mit Abhauen ist im vorletzten Kapitel. Als er sich dann wirklich zum Dienst melde, wo du gesagt hast, wo dieser Sprung drin ist, sozusagen, da ist der Roman ja dann auch vorbei. Ich glaube, da wollte er einfach diesen Knall am Ende. Und nicht noch ein philosophisches Gespräch im Hangar zwischen den ganzen Schattengeschwaderpilotin, was das jetzt für ein neues Schiff da ist, was da steht. Das kommt vielleicht im nächsten Teil. Genau, also Rückkehr zum Imperium. Lukas hat gesagt, es ist vielleicht ein Inside-Shop. Patricia, wie sieht es bei dir aus? Hast du da jetzt nach deiner, nachdem du darüber nachgedacht hast, auch noch eine Idee oder findest du das auch plausibel? Ja, also ich kann mir beides vorstellen, gerade auch weil ihre Lektion, die sie so lernt, auch durch Aiden, ist ja das Weitermachen und man kann die Vergangenheit nicht ändern, man kann aber nach vorne schreiten und eine Aktion in Aktion treten und genau das macht sie ja und vielleicht sieht sie jetzt auch eben dadurch, dass naja so schlecht drauf reagiert wurde, wie ihre Vergangenheit ist, wobei sie ja zum Beispiel gar nicht weiß, dass Will ihr vermutlich auch vergeben würde, so wie er es ab und zu mal angedeutet hat in seinen Gedanken, dass sie denkt, sie ist da eh komplett verloren, hat da keine Zukunft mehr, sucht sich dann die nächstbeste Zukunft und geht dann eben zu dem zurück, was sie gut kennt und was sie gut kann. Das wäre schon nachvollziehbar, aber ich fände es extrem schade. Ja, vor allem nach dem sehr emotionalen Enden von Aiden und dann auch von Ito. Genau, ja. Das wäre im Prinzip dann umsonst gewesen, dass die beiden, also dass sie dabei war und das durchlebt hat, wie die beiden gestorben sind. Ja, zumal sie ja noch nicht mal weiß, dass Hera wahrscheinlich auch, also sie stand ja jetzt auch nicht da mit einem Verhaftungskomitee und wollte sie gleich einsacken, sie wollte ja einfach nur reden und sie müsste es ja auch wissen, soweit ich weiß. Also es wurde ja an alle geschickt, glaube ich, diese... Ja, ja, Hera sagt am Ende, sie weiß es auch. Ja, genau, also von daher würde ich Hera jetzt auch nicht einschätzen wie jemand, der sie dann sofort eingebuchtet hätte. Für mich war es aber trotzdem beim ersten, die erste Reaktion war, ja klar, es geht ihnen zurück, weil sie erkannt hat, dass derjenige, weswegen sie das Schattengeschwader verlassen hat und sie selber hat ja nie den Mut dazu gefunden, das Schattenschwader zu verlassen, ist ja immer noch da. Also der, der es mir eigentlich gesagt hat, ich soll gehen, ist immer noch da. Das heißt, so dumm kann es ja eigentlich nicht sein, wenn ich da bin. Ich gehe mal wieder zurück, weil in der Neuen Republik habe ich eh kein Zuhause mehr. Dann habe ich wiederum aber daran gedacht, dass sie genau das hier eigentlich ablegen wollte. Also dass sie jetzt genau selber durchschreiten wollte durch ihre Ängste und ihre Unentschlossenheit und dass ja der Weg war, weshalb sich die Tür geöffnet hat. Und wenn man das jetzt, wie gesagt, also meine Worte werden mich strafen, wenn wir den Podcast zu Teil 3 aufnehmen. Aber wenn man das jetzt metaphorisch betrachten will, öffnet sich da vielleicht auch nicht nur die Tür zu dem Schiff, sondern vielleicht auch die Tür zu einem neuen Weg, der ja dann, wo wir wieder beim Inside-Job wären, vielleicht für sie die Möglichkeit gibt, da jetzt trotzdem noch was zu verändern und sich im Namen der Neuen Republik wieder reinzuwaschen im Gegensatz, um wirklich wieder zurückzugehen. Also dass sie das Böse, das Alte nimmt vom Imperator und damit den Schatten des Imperators sozusagen abstreift, was ja Ito am Ende des ersten Bands zu ihr gesagt hat, dass sie lernen müssen, weg vom Imperator und seinem Einfluss zu kommen und Kies in dem Roman ja auch wieder anerkennt, dass man vom Schatten des Imperators nicht loskommt, als sie den Abgesandten auch noch aus den Trümmern bergen. Hauptsache sie retten keine Menschen, sondern diesen komischen Druiden oder dieses komische Konstrukt. Und sie halt am Ende dann das nimmt, was der Imperator eins besessen hat und das umkehrt und für das Gute benutzt. Aber gut, das wäre dann, müssen wir abwarten. Aber das wäre zumindest so mein Idealweg, den sie einschlagen kann. Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen bisher. Aber es ist ja auch so, sie weiß ja, was in der Galaxis los ist und hat aus der Neuen Republik jetzt die ganzen Einblicke. Sie weiß ja, dass das Schattengeschwader und das Imperium an sich keine Zukunft in der Galaxis hat. Insofern warum zurückgehen, wenn es sowieso im freien Fall oder im Schattenfall ist? Gut, es weiß auch Kies, dass das Imperium keine Zukunft hat. Aber seine Motivationen weiterzumachen sind ja eben begründet. Ja, kommen wir auf jeden Fall noch drauf bei Kies. Ja, kommen wir mal zu unserem neuen Kommandanten, Will Lark. Ich habe es genannt Will im Fokus, Nath im Schatten, weil, kam mir zumindest so vor oder wie kam es euch vor? Ist das Treffen? Ja, Nath hat Will ja in den Fokus geschubst. Ja. Und wie macht er sich da im Fokus? Deiner Meinung nach? Ich fand ihn total sympathisch. Ich fand ihn ja auch im ersten Roman schon total niedlich. Ja. Und ich finde auch jetzt, dass er einfach total gut begründete Motive hat und ja auch immer versucht, so das Beste aus allem zu machen und ja auch wieder die Gegner kontaktieren möchte, noch seine Nachrichten an Blink, wo man sich teilweise nicht sicher ist, hat er die jetzt abgeschickt oder hat er sie alle gelöscht, weil Blink ja nochmal zurückkontaktiert. Das fand ich einfach total schön, dass er immer versucht, auch irgendwie den Bösen noch eine Chance zu geben. Ach, oh Gott. Da heißt im deutschen Motto, ich habe jetzt überlegt, ja. Blink? Ja, Blink ist es auf Englisch. Wow. Ich habe jetzt wirklich lange überlegt, dachte, was blinkt denn da? Gibt es da noch andere lustige Übersetzungen? Es heißt auch noch jemand Char? Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch gemacht wurde. Ob das irgendwie eine Aschenarbe ist oder so? Fällt mir jetzt nicht an. Ach, weiß ich es nicht. Wüsste ich noch. Ja. Naja, auf jeden Fall hat er versucht, genau, sie zu kontaktieren und ich fand es total schön, wie er dargestellt wurde, dass er immer auch versucht, beide Seiten zu sehen und dann auch dieser Konflikt, ob die anderen vielleicht nicht einfach nur fliehen wollen und man denen diese Chance geben lassen sollte und sein moralischer Konflikt, ob man denn auf einen Gegner, der sich zurückzieht, noch schießen darf. Also ich fand seine Perspektiven in dem Buch total spannend und auch, dass er eigentlich gar nicht so dieser Kommandant sein wollte, aber Nerv gesagt hat, so, du machst das jetzt, weil ich nicht so wirklich Lust drauf habe. Ich will es auch nicht sein, ja, genau. Genau. Und er hat sich da ja auch ein bisschen in die Position schubsen lassen und nicht so viel Widerworte gegeben. Ja. Ja, also Will ist immer noch eine meiner Lieblingsfiguren, nach dem ersten Roman schon und jetzt auch auf jeden Fall noch. Klar, einfach der klassische, ja, ich glaube, ihn einfach auf klassischen Goodguide zu reduzieren ist auch nicht richtig, aber zumindest halt derjenige, der noch mit Idealen kämpft und der auch das Gefühl hat, dass er in dieser Galaxis eigentlich keinen Platz hat und es einfach zu viel Gewalt ist, gerade da, wo er herkommt. Er wird ja später auch als einer der 120 Terroristen benannt, die da von diesem Planeten gekommen sind damals, also in der Lagebesprechung des Schattengeschwaders. Also er ist auch eine bekannte Größe und scheinbar ein sehr begnadeter Pilot. Also noch begnadeter, als er sowieso schon dargestellt wurde auf Seiten der Rebellion. Sogar im Imperium hat man Respekt. Und was mir gefallen hat, ist halt dieses, einerseits das in die Verantwortung schubsen, aber auch dieser Zwiespalt aus. Wir müssen jetzt, ich muss jetzt trotzdem hier für die Rebellion kämpfen, um Leute zu schützen, obwohl ich ja eigentlich schon vor anderthalb Bänden nach Hause wollte, sozusagen. Also ich wollte ja eigentlich schon lange wieder zu Hause sein. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr mein Krieg. Die Rebellion ist ja vorbei. Und deswegen finde ich es so viel noch cooler, dass er jetzt wieder, als er diesen Kommando, diesen Kommandoauftrag übernimmt, eigentlich wieder zurückfällt in Rebellenmuster, weil sie ja wieder in der Unterzahl sind und in diese Guerilla-Taktiken zurück müssen. Also Untergrund, wir müssen das benutzen, was wir haben. Wir müssen irgendwelche Speeder umfunktionieren und damit halbwegs flugtauglich zu sein. Also er ist ja quasi jetzt eigentlich wieder Rebell und nicht Teil der Neuen Republik und damit ja eigentlich noch nicht fertig mit seiner Mission. Das fand ich eigentlich eine schöne Idee, dass sie wieder genau auf das zurückkommen. Stimmt. Ich finde es auch einen schönen Kontrast zu Nath, weil Will ja diese Loyalität der Rebellion gegenüber hat und seinen Leuten, während Nath eigentlich nur Loyalität Will gegenüber zeigt und eben auch ganz klar kommuniziert, ich rette dich und nicht unbedingt die Gruppe. Das fand ich auch, die Dynamik zwischen den beiden ist ja auch noch nicht auserzählt. Da wird ja auch am Ende des Romanes noch gesagt, dass die noch mal reden müssen. Fand ich auch total interessant, wie da so ein bisschen auch zwischen denen aufgemacht wurde, dass die nicht mit den gleichen Motiven kämpfen. Ja und das haben wir am stärksten mit, was du gesagt hast, dass Nath nur Will gegenüber oder nur Nath will gegenüber wichtig ist. Ähm, gibt's ja auch den klaren Kontrast dann. Also sozusagen, Sorin sagt ja auch, das Imperium ist mir eigentlich scheißegal. Stimmt. Es geht eigentlich nur darum, dass der Schattengeschwader überlebt. Und das ist glaube ich sogar im gleichen Kapitel direkt hintereinander, deren beiden Dings. Also dass Sorin sagt, ja wir müssen jetzt hier diesen Kreuz umfunktionieren und dann weg hier. Während halt Nath sagt, ja ist eigentlich egal, was mit der Rebellion passiert. Hauptsache Will und meine Staffel. Also in dem Fall ist es ja nur noch Will. In dem Moment. Für die beiden zumindest. Keiner weiß, wo Jazz ist und Well ist auch weg. Ähm. Und Kyros. Und Kyros auch. Die ist gerade in Richtung, auf dem Weg nach Jendrilla. Zumindest hoffen sie es. Wissen sie nicht genau, ob sie noch weggekommen ist. Genau. Also von daher ist für ihn das am wichtigsten und nicht das Überleben der Rebellion. Lukas, du hast in deiner Rezension erwähnt, dass da die Kompanie als Battlefront Twilight Company wieder vorkommt. Ist mir nicht aufgefallen tatsächlich. Aber bei dem Namen habe ich gedacht. Bei dem Namen habe ich gedacht, den kenne ich irgendwoher. Die 61. mobile Infanterieeinheit. Ja. Ja. Ein Sternstück der frühen, der frühen Kanonliteratur, finde ich. Ja. Ja, ist jetzt schon länger her. Habe ich den gelesen. Ich glaube 2016. Wann kam der überhaupt raus? Ja. Mit dem Spiel auf Englisch, glaube ich. Also 2015 und dann 2016 auf Deutsch. Ja, habe ich ihn wahrscheinlich 2016 gelesen. Ja, das ist schon ein bisschen her. Habe ich auch noch keine Notizen beim Lesen gemacht. Dann habe ich mir nicht gemerkt, wie die Infanterie- Vision heißt. Aber ja, muss ich vielleicht auch mal wieder lesen. Genau. Und Will fällt ja auch wieder in alte Muster zurück, ne? Was ich auch so cool fand, wo er versucht, das Schattengeschwader in Kern 9 zu erreichen, bevor sie angreifen. Und zu sagen, hey, wenn ihr fliehen wollt, dann geht. Sagt mir nur, dass ihr fliehen wollt, dann greifen wir nicht an. Dann können wir weiteres Blutvergießen vermeiden. So ein bisschen wie damals im Sternenhaufen, wo er versucht hat, Kontakt aufzunehmen. Aber diesmal wird er halt von Neff aufgehalten. Und kriegt eine halbwegs spannende Standpauke, fand ich. Als Neff zu ihm sagt, ja, kannst du schon machen. Wir können aber erstens nicht sicher sein, ob das stimmt. Zweitens wissen sie dann, wir sind auf dem Weg. Und drittens, du verlagerst das Problem nur. Wir müssen irgendwann mal diesem Schattengeschwader trotzdem den Garaus machen. Also klar, du kannst jetzt sagen, ja, wir sind jetzt hier in der Unterzahl und ihr auch. Also geht doch erst mal, aber dann wird weiteres Leid kommen. Und das wisst ihr ja auch wieder nicht. Was ich schon ganz cool fand. Also die Dynamik, wie Patrizia schon gesagt hat, gefällt mir auch sehr gut. Zwischen den beiden. Habt ihr zumindest, oder habt ihr verstanden, warum, andersrum, hättet ihr Will, hättet ihr die gleiche Entscheidung getroffen wie Will und das Schattengeschwader kontaktiert oder werdet ihr da eher auf Neffs Seite gewesen? Von Anfang an. Vermutlich eher auf Neffs Seite, weil früher oder später wird man die halt sowieso konfrontieren müssen. Also nicht, wieso nicht dann, wenn sie schon da sind. Ich finde es total ehrenhaft von Will, aber ja, trotzdem ist es wahrscheinlich im Krieg einfach eine Entscheidung, die man treffen muss, dass man da dann trotzdem feuern muss. Ja, vor allem, wenn Will am Ende des ersten Bandes ja auch blinde die Falle läuft, wenn man so will, weil der ganze Plan ja darauf berutet, dass, also im ersten Teil vom zweiten Band, nicht am Ende vom ersten Band, dass Will sie wieder kontaktiert, womit sie ja dann auch recht behalten sollten. Also es ist nicht das Schlauste. Ich bin da auch eher auf Neffs Seite. Gut, also tut mir leid, Will, wir finden dich sehr sympathisch, aber wir müssen leider Neff in dem Fall recht geben. Ich finde aber trotzdem, dass er eine gute Art von Anführer ist, weil er selbst am Ende, wo Hera ihm sagt, ja hier und da könnte man auch ein bisschen was verbessern, aber im Prinzip ist er sehr gut gemacht, sagt er nicht, ja danke und prallt mit seiner Medaille wie Neff am Ende, sondern sagt, ja okay, ich möchte aber eigentlich trotzdem wieder nach Hause. Nach dem Motto, also er hat auch eigentlich keine Lust darauf, um Kommandant zu sein. Das sind ja meistens die Besten, die diese Verantwortung tragen, ohne da jetzt selber irgendwie Prestige rauszuziehen, wie Neff, der halt mit seinem Y-Wing eine Rakete ablenkt. Ja, es ist heroisch, aber dann halt rumrennt und seine Medaille überall zeigt und dann nicht mehr mit seinen Freunden abhängt in dem Fall. Also da bin ich auch auf das klärende Gespräch im dritten Band gespannt. Und sehe Will schon als jemand, der Anspruch auf den wirklichen offiziellen Kommandantenposten des Alphabetgeschwaders haben könnte am Ende von Band 3. Vor allem jetzt, wo ja Erika beim Schattengeschwader ist, ja. Ja und selbst wenn sie zurückkommen, wahrscheinlich nicht wieder in die höchste Position gleich darf, also ich meine trotz allem. Ja, also da bin ich gespannt. Würde ihm jedenfalls gut stehen, glaube ich. Wäre ein guter Anführer. Wenn man ihn jetzt so aufzubauen, ja. War ja auch ein bisschen wahrscheinlich die Intention des Handlungsschranks, dass Will da reinwächst, das jetzt zu machen, ja. Neff war ja immerhin mal ein Kommandant, das heißt, da kann ihm ja gute Ratschläge geben. Ich verstehe aber auch, dass er selber natürlich diese Verantwortung nicht mehr tragen will, nachdem er seine ganze Staffel verloren hat. Da ist auch ein bisschen was drin. Ein bisschen unaufgearbeitete Sachen. Schade, dass Ito jetzt weg ist, weil jetzt kann er ihm nicht mehr helfen. Aber eigentlich hätte er mal mit Ito sprechen sollen. Ja, definitiv. Gut, und kommen wir, bevor wir zu Kairos und Co. kommen, noch zu Chess. Und ja, ihr ist es einfach nicht vergönnt zu sterben, zumindest nicht heroisch. Denn sie versucht es in diesem Roman ja wieder, oder hofft es in diesem Roman wieder, als sie über, jetzt habe ich wieder den Namen, ich habe den mir wirklich hundertmal aufgeschrieben und und ich kann ihn immer noch nicht Katadra, den anderen Planeten quasi in dem System, der ja wichtig ist, kämpfen, im Anfang oder Ende des ersten Teils. Und sie ja dann den Quasarfeuerkreuzer verfolgt, aber halt vorher abgeschossen wird und dann im All treibt und sagt, ja toll, jetzt bin ich wieder die einzige Überlebende und keiner findet mich und jetzt werde ich wieder unbedeutend sterben. Was hat es mit dieser Obsession auf sich, Lukas? Was glaubst du, was ist bei Chess da? Falsch gelaufen. Schlechter Musikgeschmack vielleicht. Nein. Schlechtes Vorbild, wie schon erst so. Ja, möglicherweise. Die Idee ist ja im Prinzip nur durch die Tat, bei der sie dann letzten Endes auch zu Tode kam, die große Heldin geworden. Also kann auf jeden Fall was dran sein. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wie war das? Ging die Musik noch im B-Flügler oder ging sie nicht mehr, wie sie da ziellos durchtreibte? War es überhaupt Thema, als sie ziellos rumtrieb? Bin mir nicht mehr sicher. Naja, auf jeden Fall haben wir ja dann fast schon eine Retraumatisierung, weil sich Chess in ihrer ehemaligen Vergangenheit wiederfindet. Ja. Und gleichzeitig der zweite Handlungsstrang in dem Roman diesen ganzen Mystik-Aspekt betritt. Und dann wird auch noch ihr Schiff auseinandergenommen. So halt. Und die Musik geklaut. Und die Musik geklaut. Und durch Predigten der Sext. Ich meine, hallo, das ist ja, das ist ja quasi, also ich, naja, gut. Foodloose ist ein Scheiß dagegen. Ich verstehe nur nicht, also ich fand das prinzipiell cool, auch natürlich ihre Vergangenheit mit ihrer Mutter, dass die da so eine Mutter hatte, die auch so, ja, wie nennt man das jetzt diplomatisch, verblendet war und so gewissen Versprechen von Sekten aufgesessen ist und immer den neuesten, immer in die nächste Sekte gerannt ist und gedacht hat, da findet sie Hilfe. Und ich fand Chess tatsächlich die perfekte Figur dafür, um das wiederzuerleben. Nicht, weil ich ihr das Trauma gönne, sondern weil ich einfach direkt auch gejubelt habe, als sie zum Beispiel in dem Kloster dann war und von Anfang an natürlich vorhatte, da nicht wirklich involviert zu sein, aber als sie dann die Imperiale trifft und die halt dann anfängt so zu sagen, ja, wir wollen ja beide hier raus und dann erstmal eine reinhaut, weil sie sagt, du fängst jetzt hier nicht an, mich zu manipulieren. Und am Ende ist es aber genau so, dass sie trotzdem dadurch manipuliert wird. Und das ist eigentlich das beeindruckend perfide an diesem ganzen Kult-Ding, was wir auch in Pfad der Rache, Pfad der Täuschung damals schon besprochen haben bei High Republic, dass es gerade die trifft im schwächsten Moment, also bei Chess ist es ja dann der schwächste Moment in dem Fall, weil sie halt wieder nicht einen heroischen Tod hatte und sich halt dann immer Gedanken macht, was wird denn jetzt aus mir, wenn der Krieg vorbei ist? Mit meinem Veteranen sollt, kann ich mir gerade so eine Wohnung leisten? Dann drifte ich ab und am Ende gehe ich vielleicht noch selbstmacht in irgendeiner hinteren Gasse. Das war dann aber ein heroisches Leben für mich. Und genau diese Angst kommt trotzdem durch, wenn sie da ihre Sorgen da einmal in diesem Gottesdienst oder so ausbreitet. Also ich glaube nicht nur, dass das nur gespielt war, sondern sie da auch wirklich selber ins Grübeln kommt und diese Anführerin des Klosters am Ende doch recht behält, dass die Saat gesetzt ist und sie ihr jetzt erstmal nicht mehr entkommen wird. Ja, Chess hat ja auch den Konflikt, nicht nur eben diese Konfrontation mit dem Kult, sondern auch, dass sie nicht weiß, was sie macht, nachdem die Mission vorbei ist und sich deswegen ja auch immer so ein bisschen opfern möchte, weil dann wäre es ja vorbei, dann hat sie ihr jetzt hier erreicht. Aber so wird sie öfters mal damit konfrontiert, dass sie ja das Schattengeschwader gar nicht nochmal wieder treffen möchte, weil danach könnte ja der Kampf beendet sein und dann weiß sie eben nicht mehr, wie es weitergehen soll, ob sie bei den Leuten bleibt oder nicht oder wo sie hin soll. Ich glaube, sie ist einfach verloren in der Galaxis, wenn sie nicht diese, dieses Geschwader ihre eigene Staffel um sich rum hat und das hat man total gemerkt in dem Handlungsteil und das fand ich auch sehr spannend, dass das eben thematisiert wurde, dass manche von den Piloten dort einfach gar nicht wissen, was sie nach dem Krieg machen sollen. Ich meine, es ist ja auch ein gängiges Thema, also auch in der realen Welt, dass Kriegsheimkehrer schlecht wieder in die Gesellschaft finden oder gefunden haben, gerade nach den Weltkriegen. Also teilweise auch natürlich die Traumata, die da waren. Gut, Jess wirkt jetzt nicht, zumindest nicht vom Krieg an sich so traumatisiert. Klar, der Verlust der Staffel und sie denkt ja auch ab und zu mal an die alten Mitglieder der Hautstaffel zurück zwar, aber jetzt nicht so, dass sie dann irgendwie hier schon irgendwelche schwerwiegenden Folgen zumindest aktuell davon getragen hat, aber so der, der Gedanke, den sie hat, ist schon nachvollziehbar gerade in dieser, wie gesagt, sehr kriegsgeplagten Galaxis, in der sie ja jetzt doch lange eine Rolle gespielt hat und damit halt auch ein Zuhause hatte. Und jetzt ist die Frage, was wird mein nächstes Zuhause? Wo wird mein nächster Anker? Und der ist wahrscheinlich nicht so leicht zu finden. Und das kann sie sich einfach noch nicht vorstellen, ja, den Übergang. Genau. Ja, sie versucht das ja auch immer so ein bisschen von sich wegzudrücken jedes Mal, wenn die Gedanken an andere Leute kommen oder auch der Gedanke daran, ob Erika noch lebt oder nicht, dass sie das jedes Mal einfach wieder verdrängt. Fand ich auch sehr spannend, dass sie, ich glaube, das war in der ersten Hälfte des Romans, wo sie ja auch öfters mal trinken geht oder dann ihr Schiff einfach verwettet. Also da hat man schon gesehen, dass die eigentlich schon Probleme hat. Also so gut da drin das aufzuarbeiten ist sie gar nicht, aber dass sie es halt immer von sich wegdrängt. Da bin ich auch gespannt, ob das dann vielleicht im dritten Teil noch mal alles hochkommt und noch mal bekommen wird. Ja. Oder am Ende beim Kult landet. Oder vielleicht realisiert, dass man nicht sterben muss, um eine interpretiert. Aber ich fand am Ende ihre Trotzreaktion zu singen, weil die Musik nicht mehr im Beving ist, fand ich so ein bisschen wie dieses Sachen nicht hören wollen. Weil die Predigten sind ja jetzt quasi da und statt die zu hören, fängt sie einfach selber an zu singen und macht so ein bisschen dieses La 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 drüber. Also ich möchte von diesem Kult nichts mehr wissen. So ein bisschen dieses aktive Verdrängen, was so Kinder manchmal machen. So kam mir das zumindest vor in dem Fall. Weil der Neff auch fragt, wo ist denn deine Musik? Und dann sagt sie, ja, ich erkläre das jetzt nicht. Ich fange einfach an zu singen. So ein bisschen diese aktive Verdrängung von ihrem angedichteten Schicksal von dieser Klosterführerin da oder dieser Kult und Führerin. Fand ich jedenfalls spannend. Wie gesagt, wir schauen, wie sie damit noch umgeht. Ob sie sich die Predigten dann im nächsten Teil auch mal anhört. Ob sie dann vielleicht zum wandelnden Glaubensschiff wird. Das könnte ihre Bestimmung sein. Sie fliegt in B-Wing durch die Galaxis und bekehrt Leute zum Kult. Super! Toll, oder? Durchgang der Feuerkraft, perfektes Schiff dafür. Ja, das ist dann eher so die klassische Missionierung. Genau, also das ist Jason. Ja, also insgesamt gefällt mir die Figur schon noch gut. Ich muss immer sagen, das ist die, mit der ich am wenigsten anfangen kann. Weiß auch nicht so genau, woran das liegt. Also ich finde schon, dass ihre Darstellung gut ist und auch ihre Konflikte gut. Aber so als Figur kann ich sie immer irgendwie schwer greifen. Weiß nicht, ob ich da alleine bin, aber... Ich glaube, sie kann sich selber schwer greifen. Das ist vielleicht der Punkt, ja. Also das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ja. Ich fand es aber auch interessant, dass sie an einer Stelle wieder die Jyn Erso-Persönlichkeit übernommen hat. Sie hat ja den gleichen Decknamen benutzt. Da habe ich auch erst mal aufhorchen müssen, weil mir kam der Name so bekannt vor. Und dann habe ich mal geguckt und das ist der gleiche Nachname, den Jyn Erso benutzt hat in Rogue One. Ja, genau. Herrlich oder, ja. Genau. Ja, also da kommt sie auch nicht so drüber weg, ne? Also so mit ihrem Idol, ne? Also wie gesagt, könnte noch spannend werden, ob sie jetzt endlich dann am Ende doch einen heroischen Tod bekommt oder halt nicht. Ja, und dann kommen wir zu Kairos. Also schon mal als Vorwarnung, viel mehr wissen wir jetzt auch nicht. Wir haben ein paar Sachen, die bestätigt wurden, nämlich sie hortet scheinbar Relikte oder Andenken an, die Republik, so ein bisschen, oder generell ans Imperium, an die neue Republik, an die Rebellion, so Trophäensammlungen sozusagen in ihrem Viewing. Ich weiß gar nicht, ob es da Regeln dafür gibt. Also bei den Klonkriegen gab es ja damals Regeln, dass man keine Druidenteile oder so als Andenken behaben darf. Weiß nicht, ob es das bei der neuen Republik gibt, aber ... Wenn ich dran denke, wie man in Squadrons sein eigenes Cockpit auch personalisieren kann mit Gegenständen. Alles aus Kairos Lager wahrscheinlich geklaut. Ja, also was könnte uns das über die Figur sagen, dass sie da so viele Andenken hat, dass sie vielleicht gewisse Momente nicht loslassen kann oder will oder ... Ja, irgendwas steckt noch hinter ihr. Sie hat ja auch irgendwie so ein Schwur. Den hat auch Nath am Ende noch mal erwähnt, dass es da irgendwie einen Schwur gibt. Also es ist immer noch mysteriös. So wirklich weiß man immer noch nicht, was hinter ihr steckt. Natürlich hat man ein bisschen was erfahren dadurch, dass Aiden erzählt hat, wie die zwei aufeinander getroffen sind. Aber ihre Persönlichkeit kann man immer noch nicht greifen. Ich fand lustig, dass Jess diejenige ist, die ja diese Trophäensammlung findet und dann zu ihr sagt, sie soll nicht in der Vergangenheit hängen. Wo ich gedacht habe, das sagt die Richtige. Stimmt. Glashaussteine. Aber wir wissen zumindest, dass sie organisch zu sein scheint, denn sie verrottet irgendwie unter ihrer Rüstung oder unter ihrer Kleidung. Die Maske rostet. Also ... Daran habe ich halt auch viel gedacht, dass sie zu zerfallen scheint und irgendwie was an was halten will, was bewahren will. Also dass so wie sie äußerlich verfällt, dass sie Dinge sammelt, um wenigstens Erinnerungen und innere Sachen zu erhalten an etwas, das nicht verfällt. Stimmt. Das ist auch noch ein Punkt, ja. So als Kontrast quasi. Wir wissen, dass sie Basic nur schlecht versteht und, was, glaube ich, Patricia schon gesagt hat, äh, oder nee, Lukas war es, ähm, mit dem Schwur. Patricia, Lukas? Entschuldigung, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich war es. Okay, dann war meine erste Intuition richtig. Ähm, mit dem Schwur. Sie sagt ja, als sie angeschossen wird, jetzt ist mein letzter Eid gebrochen oder sowas. Also, ob das irgendwas mit dem Angeschossenwerden zu tun hat. Also, als sie an der Schulter, glaube ich, angeschossen wird, wo sie dann irgendwie sagt, jetzt ist auch ihr letzter Eid gebrochen oder so. Sagt sie im Deutschen zumindest. Ähm, also was, was wäre das? Nicht angeschossen zu werden oder? Keine Ahnung. Also, von daher bin ich mal gespannt, was das noch, wie du schon sagst, auf sich hat. Und ne, vom Ende erwähnt sie auch nochmal, dass da irgendwas ist. Und auch sie hat ja diesen Drang, sich zu opfern, so ein bisschen. Aber primär, weil sie sich auch irgendwie Schuldgefühle einredet, mit, ähm, ja, mit, 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 dass der Plan am Ende dann zu nichts führt, wenn sie sich jetzt hier nicht opfert. Also, wenn sie jetzt dieses Opfer dann nicht erbringt, wo sie mit dem U-Wing da reinrast, um die Rebellen zu retten und den Vorstoß zu sichern, dann könnte auch unser Plan am Ende nicht aufgehen mit dem Schattengeschwader und dann sind alle Leute umsonst gestorben und das kann sie nicht zulassen. Also, sie ist da immer sehr stark drin, in sich um die anderen der Rebellion zu sorgen. Wo man sie auch noch fragt, warum? Oder wo liegt da genau die Motivation dahinter? Ist es jetzt so wie bei Will? Einfach, weil sie Menschen mag? Oder ist da auch irgendein Schwur dahinter? Jedenfalls eine spannende Figur. Definitiv, ja. Also, ich bin gespannt, da noch mehr zu erfahren. Ich hatte mir eigentlich von diesem Roman ein bisschen mehr erhofft, dass wir ihre Perspektive immer öfters bekommen oder auch sie in Dynamik mit anderen sehen und nicht nur in ihrem Schiff, wie sie ab und zu mal schießt und alle sagen, oh, sie kann ja doch schießen und hat ja doch einiges an Firepower hier. Ja, deswegen ein bisschen schade, aber einen Roman haben wir ja noch, um ein bisschen mehr über sie zu erfahren. Damit steigt halt immer mehr die Fallhöhe, ne? Also, jetzt muss es aber schon eine ziemliche Enthüllung sein. Ja, great. Das ist Alexander Freed, okay? Da habe ich ein bisschen mehr Vertrauen. Ja, denke ich auch. Aber, ja, also, da bin ich auf jeden Fall gespannt und scheinbar bringt ja Bug dabei ja auch nix, ne? Also, und sie musste nach Chandrila verlegt werden, ist aber am Ende wieder zurückgekommen. Wird noch spannend. Ja, aber wackelt da von rechts nach links, während sie läuft. Da habe ich auch kurz gedacht, vielleicht ist sie so eine Spezies wie Orbalin, irgendwie so ein Glibber, aber dann hat sie ja irgendwelche, ja, so wie so eine Art Panzer im Gesicht. Also, ich kann sie mir immer noch nicht vorstellen und auch Nerf konnte sie ja nicht zuordnen, Spezies-mäßig. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ja, also weiterhin ein Mysterium. Deswegen auch der kurzeste Abschnitt dieses Podcasts zu ihr. Viel erfahren wir leider nicht, weil dem, tatsächlich sieht sogar weniger dabei als im ersten Roman, weil sie einfach die Hälfte des Romans verwundet ist und gar keine Rolle spielt. Wird erst mal rausgeschrieben, genau. Ja. Gut, Aedans Leidensweg. Genau, denn, wo wir schon bei Kairos Verletzungen sind, der ist tatsächlich im ersten Teil, also bis er dann entführt wird, aber so die ersten paar Kapitel gar nicht so präsent in dem Fall. Immer so im Hintergrund halt, ja, hier Lagebesprechung, hier und da mal ein nettes Gespräch mit Quell und wir freunden uns ein bisschen besser an. Zumindest so oberflächlich. Bis er dann halt, wie gesagt, hört, dass Kairos verletzt ist und dann direkt Panikmodus schiebt und sie sofort besuchen will. Also, da merken wir schon nochmal extrem mehr, dass da noch was dahinter ist. Das war uns ja nach dem ersten Roman, glaube ich, schon bewusst, dass da eine Historie dahinter steht, hinter den beiden Schrägschicht dreien mit Ito zusammen und dass er ihr sehr wichtig ist und andersrum auch. Und da war halt meine Hoffnung noch hoch in dem Moment, dass wir mehr über Kairos erfahren, weil er dann sagt, ja, ich muss hier irgendwie die Patientenakten freigeben und so, damit sie wissen, wie sie ihr helfen können und das funktioniert doch hier nichts normales. Und da dachte ich, okay, jetzt erfahren wir zwangsläufig aus dieser Notsituation mehr über sie. Wo man sich halt fragt, wie wurde ihr dann geholfen? Um mal kurz bei Kairos zu bleiben. Am Ende kommt sie ja trotzdem halbwegs zusammengenäht wieder. Das heißt, haben sie am Ende trotzdem die Ärzte vor Ort dann eine Möglichkeit gefunden? Müssen sie ja. Ja, also Kairos sagt ja selber, ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch war, aber auf Englisch sagt sie, I am healed. Also, dass sie irgendwie geheilt wurde. Ja, was da jetzt dahinter steckt, können wir, glaube ich, alle nicht beantworten. Aber irgendwie muss es funktioniert haben. Auf jeden Fall wird Aiden entführt. Ja, und dann geht eigentlich sein Leiden so richtig los. Ich muss sagen, die Entführung fand ich irgendwie nicht so nachvollziehbar. Das ist auf einmal so passiert. Und dann ging es dann darum, dass Nath und Quell sich auf die Suche machen, um ihn zu retten. Das war so der Handlungsteil des Romans, der mich am meisten verwirrt hat, der so aus dem Nichts kam. Der hat mich nicht so ganz gecatcht, weil ich es einfach nicht so nachvollziehbar fand, dass auf einmal Aiden so mehr oder weniger random entführt wird und man den dann suchen muss. Das war so eine kleine Abzweigung, die es für mich nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber ja, war vielleicht auch ganz gut dafür da, dass man nochmal Quells Angst einfach hervorgebracht hat, dass mehr Leute etwas über sie wissen. Wie ging es dir damit, Lukas? Wie hast du die Entführung wahrgenommen und dann auch die Suche? Ja, sie fand halt gerade statt, wo man anfing, ihn richtig zu mögen. Und ich finde es schade, dass dann über alles weitere, was kam, er wird noch lebend gefunden und Quell nimmt ihn mit. Dass immer das Hoffen, dass er durchkommt, noch da war. Und das war dann wieder typisch Fried, fand ich. Wenn er auch, ich glaube, es war der Tod in einem Fried-Roman, der sich am meisten Zeit gelassen hat. Aber bis zuletzt wollte ich noch hoffen, dass er doch noch am Leben bleiben darf. Also ich fand es da schon sehr, sehr schade, wie er gestorben ist. Und ich fand die Entführung, die kam dann halt. Ich habe nicht ganz nachvollziehen können, wie es hat klappen können in diesem System und ausgerechnet dort, wo sie ja gerade waren. Also ich dachte mir, müsste doch eigentlich mehr gesichert sein. Aber dramaturgisch kam es halt an der richtigen Stelle, wo es dann auch einen Wendepunkt bald brauchte. Genau. Ja, also erst mal so die prinzipielle Idee der Entführung gehe ich mit. Wie gesagt, man braucht da mal was, was man machen kann. Ich fand auch dann die Interaktion zwischen Quell und Neff ganz spannend, weil Neff ja quasi derjenige war, der wusste, was die Gefahr ist. Und dass Quell ja da, ich glaube, er hat sich ja sogar freiwillig gemeldet, so nach dem Motto, ja, ich passe mal lieber auf. Vielleicht plant sie ja was. Und dann bietet er ja auch an, ja, wir könnten ihn auch einfach um die Ecke bringen. Also so schnell, schnell. Ich weiß nicht, ob er das dann wirklich gemacht hätte oder ob er sie nur testen wollte. Aber fand ich auf jeden Fall eine spannende Idee. Und ja, diese Entschuldigung, die er dann noch wispert, als sie ihn das von der ersten Entführung quasi zurückbringen, kurz bevor dann alles den Bach runtergeht, noch mehr mit dem Angriff des Schattengeschwaders, wusste ich sofort, okay, da ist jetzt irgendwas mit ihrer Vergangenheit passiert. Das ist jetzt kein Delirium, so nach dem Motto, Schuldigung, dass ich irgendwie Neff angesetzt habe, das Ding zu finden, sondern da ist irgendeine Bombe geplatzt. Und ja, das wird ja dann direkt im Abschnitt danach bestätigt, als sie ankommen und Will und Co. ja, sie zur Rede stellen wollen. Also von daher, das Ja und dann ist er an Bord dieses Kreuzers, mit dem sie zurückgekommen sind noch, weil er ja noch nicht weggebracht wurde von dem Schiff, weil er dann die Schattengeschwader angeht. Und deswegen stürzt er auch noch mit. Also er stürzt sich nur ab, sondern dann kommt es zu dem Teil, und da möchte ich jetzt trotzdem nochmal eure Meinung haben, den ich tatsächlich so am komplett, ja so eingeschobensten fand. Dieses, wir fliegen mit dem Transporter ins imperiale Schiff, ziehen den Asteroiden da rein oder Meteroiden da rein, zerstören das dadurch, fliegen wieder raus und treiben dann weiter Richtung Planetoid. Also so dieser Schwenk. Weiß ich, wie es euch damit ging. Mir kam es ja eher so vor, ja, Chess darf diesen Kreuzer nicht zerstören, weil dann hätte sie ihr Erfolgserlebnis. Das heißt, er muss jetzt aber irgendwie anders zerstört werden, damit das Schattengeschwader festsitzt. Naja, dann muss halt mal Chess mit ihrem Kreuzer oder Transporter da mal vorbeizuckeln und sich darum kümmern. Ich fand das Manöver generell ein bisschen schwer vorstellbar, weil sie das ja wie so, wie eine Schleuder praktisch mit dem Traktorstrahl diesen Asteroiden anzieht und den dann drinnen abwirft. Also da habe ich mir nicht so ganz vorstellen können, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Ja, es war halt, als hätte der Roman da in dem Moment gerade noch ein cooles Manöver gebraucht und deswegen hat man Quell auch mal eins überlassen. Ja, also großartig viel mitgenommen habe ich jetzt nicht aus der Szene, aber war schon okay, dass sie da war. Ja. Kreative Flieger Action, hallo. Nee, die Stelle, bis du sie gerade erwähnt hast, komplett vergessen. Also hat bei mir scheinbar auch keinen erinnerungswürdigen Eindruck hinterlassen. Ja. Insofern scheint es wirklich eingeschoben, ja. Genau, und wie gesagt, in Folge dessen all das noch mit der Verletzung von der Entführung und dem Absturz ist er dann quasi komplett mitgenommen, innere Verletzungen und so, und schleift sich dann so ein paar Tage durch und am Ende stirbt er dann. Lukas, du hast gesagt, das hat dich am meisten bei einem Friedroman beschäftigt. Ja. Inwiefern, also, fandest du die Todesszene gut gemacht? Fangen wir mal so rum an. Ich fand sie so echt. Also, es wirkte halt, ja, so sterben Menschen, also wenn man schon mal dabei war, wenn nahestehende Leute eben, wenn es langsam zu Ende geht, hat mich persönlich sehr daran erinnert und ich hatte das, ich hatte irgendwie das Gefühl, gut, kann auch sein, dass es dann für mich persönlich war, aber ich hatte das Gefühl, Fried hat da selber persönlich was einstreuen lassen in der Art, wie es gestaltet und beschrieben war. Jetzt nicht inhaltlich, was Quell und Aiden dann noch besprechen und wie, wie sein Figurenbogen zu Ende geht, aber halt, halt die Art, wie er eben, ja, langsam dahin schied, so, und, und auch sehr unschön. Ja. Ja, sehe ich genauso. Ich fand es auch sehr, sehr eindrücklich erzählt und auch gerade an dem Moment, wo ich dachte, jetzt mag ich dich doch gerade, jetzt habt ihr das gerade so aufgebaut, dass ihr zwei euch mal versteht und dann, ja, hat es noch mehr getroffen und auch, was Lukas gesagt hat, dass es eben so langsam erzählt wurde und so real war und auch, dass sie zwischendrin immer mal wieder noch geredet haben und sich ausgetauscht haben und Quell dadurch ja auch so ihre, ja, ihren Geständnis abliefern konnte noch, bevor er stirbt, dass sie mit irgendjemandem geredet hat und auch er aber wieder was erzählt hat und die alles noch mal reflektiert haben oder dieses, dass sie ihm noch ein bisschen einfach Vertrautheit spendet in dem, dass sie über militärische Taktiken sprechen und sie ein bisschen ablenkt, das fand ich total schön und dann auch der letzte Moment, als sie sagt, sie wird sich an ihn erinnern und er sagt, ist gut, du hast schon genug Last auf den Schultern, das fand ich einfach so schön beschrieben, das ist, fand ich wirklich emotional. Ja, also eine im Endeffekt sehr gut geschriebene Szene, die ich, glaube ich, auch zweimal gelesen habe. Ja, und ich finde es halt einfach auch so konsequent, also, es ist halt einfach mal so, es stirbt halt mal eine Figur, eine Hauptfigur und dann wird es aber nicht so Game of Thrones mäßig inszeniert in dem Fall, bombe tot, sondern oder ja, spontan sozusagen schnell erzählt, sondern es wird halt einfach auch, wie Lukas gesagt hat, so echt, so nah erzählt und dadurch mal was ganz anderes als dieser klassische Heldentod, Schrägstrich Überraschungstod, nur damit man einen Toten hat und dann am Ende aber nicht wieder aufgelöst, so nach dem Motto, oh, die letzte Besprechung, Hera ist da, Kairos kommt angelaufen und sagt, ich bin geheilt und von der anderen Seite kommt ihr Aiden in Zeitlupe entgegengerannt und dann umarmen sie sich auf hell über Strecke. So ist es halt auch nicht, sondern es bleibt halt mal bei der Entscheidung oder bei der, bei der Konsequenz, worüber man ja heutzutage auch froh sein muss. Stimmt, ja. Ja und auch, dass wir als Lesende jetzt einfach mehr wissen als die Charaktere, weil Quell es denen ja logischerweise erstmal nicht erzählen kann. Wir haben diese Szene, wie sie aber mitbekommen und die anderen, naja, die denken sich halt, okay, er ist jetzt mit dem Schiff abgestürzt, er ist einfach nicht mehr auffindbar, vermutlich ist er tot und machen sich halt ihre Schlussfolgerungen daraus, erfahren es aber wahrscheinlich auch erstmal für eine ganze Zeit lang nicht. Das fand ich auch sehr spannend, dass wir da einfach mehr Infos bekommen als die Charaktere selber. Gut, jetzt haben wir über die Staffel geredet. Jetzt ist die Frage, was sagen wir denn generell zu der Idee, dass die Einheit in dem, gerade im zweiten Teil, so extrem getrennt voneinander ist? Eigentlich heißt sie das Alphabetgeschwader und nicht das Alphabetgeschwader auf Einzelmission. Tut es eure Meinung nach am Ende dem Roman gut, dass alle so ein bisschen über ihre eigenen Gedanken brüten? Oder hättet ihr dann doch lieber mehr Zeit zusammen gehabt und dann vor allem auch so Aussprachen Richtung Quell und so diese Themen einfach länger. Oder es ist ein kluger Schach zu gewesen, dir genau in dem Moment zu trennen, wo die Enthüllung war und dann alle mit ihren Gedanken allein zu lassen. Es ist halt eine Trilogie, ne? Und man kann ja nicht, ich finde man kann, keine Ahnung, vielleicht kann man es doch, aber ich persönlich finde, man kann über drei Bände nicht eine Richtung, eine Gruppendynamik erzählen und aufrechterhalten, weil sonst würden ja die Figuren an einem anderen Punkt anfangen, am Anfang von Band 1 und dann gemeinsam dasselbe erleben und dabei auch eine ähnliche Entwicklung irgendwie machen. Nur halt eben fünfmal verschieden, aber alles in die gleiche Richtung. Und jetzt, wo wir es trennen und jeder seine eigene Entwicklung macht und dann am Ende des Bandes wieder zusammenkommt und dann an einem ganz anderen Punkt jeweils von den anderen unabhängig steht, haben wir eine viel spannendere Ausgangssituation für Band 3, wo es ja jetzt erstmal wieder mehr zusammen ist wahrscheinlich. Ja, sehe ich absolut genauso. Und dann kann man das Ganze auch über drei Bände und 1500 Seiten eben halten. Das stimmt, ja. Ich fand es im ersten Moment schade, als ich gemerkt habe, jetzt werden die Handlungsstränge auseinandergezogen und jeder muss sich einer eigenen Herausforderung stellen. Aber es sind ja auch teilweise zum Beispiel noch Nath und Will zusammengeblieben. Das heißt, da wird jetzt nicht so eine riesige Kluft aufgemacht, als dass sich im nächsten Roman wieder alle komplett neu kennenlernen müssen. Deswegen, ja, natürlich schade, dass man nicht mehr Gespräche zwischen den Charakteren mitbekommen hat, weil das sind so die Sachen gewesen, die ich einfach am meisten mochte, wenn die sich gestritten haben und verschiedene Sichtweisen hatten und sich nicht einig waren und dann doch wieder einig geworden sind. Aber erzählerisch ist es eine sehr schlaue Entscheidung gewesen und ja, wie Lukas gesagt hat, auch einfach natürlich für eine Trilogie. Ja, also bin ich absolut dabei. Und es hat auch so ein bisschen dieses Was-wäre-wenn-Gefühl in mir geweckt, wäre Quell zurückgekehrt zum Schattengeschwader, wenn sie Zeit gehabt hätten, nicht nur mit ihren eigenen Gedanken allein zu sein. Weil wir haben ja ganz am Anfang direkt den Gedanken, ja, jetzt ist das hier rausgeposaunt worden in die Galaxis und schwuppdiwupp taucht das Schattengeschwader auf. Die sind hier, um mich wieder zu holen. Das ist der erste Gedanke, den sie an Bord der Leitstern hat. Die sind jetzt gekommen, die haben gehört, hey, ich bin aufgeflogen, jetzt wollen sie mich wieder in ihre Reihen aufnehmen. Deswegen sind sie hier. Kann man ein bisschen narzisstisch finden, aber fand ich am Ende halt auch so, das sind Gedanken, ich glaube, die hätte sie nicht gehabt, wenn sie in der Gruppendynamik gewesen wäre und sich hätte erklären können. Und dann halt auch diese Selbstzweifel dann, wenn sie alleine unterwegs ist, gerade auch dann natürlich mit ihren tiefen Tal und ihren Schmerzstellen beim Turm und so, was ihr dann immer mehr dazu bringt, zum Schattengeschwader zurückzukehren. Ja, also gab es für euch da irgendwelche Was-wäre-wenn, also wäre vielleicht auch irgendwas anderes passiert, eure Meinung nach, oder nicht passiert, wenn die Gruppendynamik so gewesen wäre, wie sie im ersten Teil war? Was wäre, wenn wir mitbekommen hätten, wie Chas morgens mit einem Hangover in Irikas Bett aufwacht? Das haben wir leider nicht gesehen, das hätte ich voll spannend gefunden. Ja, zum Beispiel. Und bei dir, Lukas, irgendwas noch, oder? Ach, ich hatte mich beim Lesen gefragt, wie es wohl gewesen wäre oder wie der Angriff des Schattengeschwaders abgelaufen wäre, wenn Kairos dabei gewesen wäre, ob das irgendeinen Unterschied gemacht hätte oder ob sie mit dem U-Flügler, der ja hauptsächlich für Truppentransport ist, und wir hatten auf dem Asteroiden eben die Twilight Company, ob da einfach nochmal irgendwas anders hätte laufen können oder irgendein Manöver, irgendeine Idee. Genauer, sie war ja aus dem Spiel. Und insofern ist es abgelaufen, wie es abgelaufen ist. Ja, mit dem U-Wing, die wiederholen, wenn man merkt, der Plan funktioniert eh nicht und dann von hinten, also angreifen, irgendwie aus dem Hinterhalt oder so. Oder was wäre, wenn Erika das Alphabet-Geschwader angeführt hätte in der Schlacht, was sie ja nicht getan hat, weil sie es nicht konnte. Eher Droide hat sie aus dem Schiff rausgesperrt. Aber ja, das wäre natürlich auch spannend gewesen, weil man hat ja auch gemerkt, dass die anderen Totalprobleme haben, die Manöver zu erkennen, aber sie das total schnell durchschaut und vielleicht wäre es dann anders ausgegangen. Ja, und sie erkennt ja dann später auch Kies, also. Genau. Das heißt, sie hätte ihn ja schon am Anfang erkannt über Katadra. Gott, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Katadra. Was ja eigentlich nur als Ablenkung war. Bzw. ich bin bis jetzt noch nicht sicher, was da eigentlich die Ablenkung war. Also auch, dass Motte da oder Blink Will kontaktiert. So richtig, ich meine, wollten sie ihn weglocken, dass sie das Rückzugsschiff nicht zerstören können? Aber prinzipiell war es ja jetzt kein Fehler, dass sie zurück nach Drove geflogen sind, weil der Schattengeschwader ist ja dann da auch ausgebrochen aus dem Sternzerstörer. Aber es war ja so gut, dass sie da Raumjäger hatten, um sich zu wehren. Also ich bin da bis, ich habe das so, dass da jetzt irgendein Masterplan dahinter war hinter Mottes Nachricht, habe ich bis heute noch nicht so ganz verstanden, was da eigentlich der Plan war. Oder warum man Will da weglockt. Vielleicht hat ihn genau wie Will einfach in dem Moment die Emotion gepackt und er wollte dann da mal eine Nachricht drüber schicken. Ja, vielleicht das. Aber wo wir schon beim konsequenten Erzählen wären, also ich meine, der ganze erste Teil, bis es halt dann zu dieser Auseinandersetzung kommt, geht ja darum, wir wollen das Schattengeschwader hierherlocken zu unseren Bedingungen. Und dann gibt es ja dieses schöne Kapitel, wo quasi das Schattengeschwader den gleichen Plan hat, wie die neue Republik, also antizipiert, dass sie auf diesem Asteroiden landen wollen und sich dann mit dem Asteroiden da in die Verteidigung oder planetare Verteidigungszone oder nah genug an den Planeten halt ran transportieren lassen wollen. Und deswegen stationieren sie da die Kompanie und ja, der Plan dann einfach spontan verworfen wird von Thorin Keyes, weil er sagt, ja, das dauert zu lang, wir wollen jetzt hier einen schnellen, klaren Sieg, wir wollen so einen Duller ausschalten. Wir müssen jetzt hier mal zu Ergebnissen kommen. Was ich halt so toll fand, weil man das in anderen Romanen nicht hat, also wenn in anderen Romanen oder generell in anderen Medien oder von anderen Autoren generell jetzt nicht nur Star Wars, aber meistens hast du so, die Bösen haben einen Plan und der ist in Stein gemeißelt und die Guten reagieren darauf oder arbeiten damit. Und hier endet einfach mal Thorin Keyes spontan den Plan und man merkt, okay, auch die können sich anpassen. Stimmt, ja. Das ist mir gar nicht so aufgefallen beim Lesen. Ich habe halt auch das Hörbuch gehört und deswegen viel von diesem taktischen Plan gar nicht so wirklich intensiv wahrgenommen. Aber ja, das ist ziemlich cool gemacht, dass man nicht einfach die Guten hat, die ihren Plan von A bis Z durchziehen können, sondern dass auch einfach der Plan mal durchkreuzt wird. Man hat das ja schon am Ende des ersten Romans, dass es dann schiefgegangen ist und sie fast dann die ganze Bevölkerung unten ausgelöscht hätten. Ja, und auch einfach so, dass die sich gegenseitig in die Quere kommen. Ist, wie du gesagt hast, mal was anderes und hat in dem Moment auch eine ganz andere Spannung erschaffen, weil man ja nicht nur mit der einen Seite mitgefiebert hat, sondern dann eben auch noch bei Thorin Keyes mitfiebern konnte und sehen konnte, wie er darauf reagiert. Das war schon sehr schlau formuliert und erzählerisch aufgebaut. Ja, da habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich finde ganz witzig, also das fand ich schon beim Lesen damals, beim ersten Lesen, wie der Klappentext was komplett anderes suggeriert. Also im Klappentext, zumindest bei der deutschen Ausgabe, steht ja, Thorin Keyes würde jeden Schritt von Nereka vorhersehen können, weil er sie so gut kennt. Und dann ist es einfach nur total zufällig, dass die Pläne aneinander vorbeischraben. Genau, fand ich ziemlich witzig. Wo wir schon beim Thorin Keyes wären und ich schiebe das jetzt einfach mal nach oben, den Punkt, den habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ich finde, Thorin Keyes ist auch ein sehr guter Planer, also das kann man schon dem Klappentext zustimmen. Aber ich finde, an einem Punkt ist es für mich komplett unplausibel, nämlich, dass er nicht erkennt, dass das Irika-Quell ist in diesem Schiff und es einfach so zur Seite wischt. Und er sagt, ja, als ich diese Lagebesprechung habe, wo es auch um Willard geht und sich die Flugmuster des X-Wing angucken, sagt er, die kommen mir, schreibt, das ist ja der Erzähler, sie kam mir irgendwie bekannt vor, aber das kann ja nicht sein und wischt zur Seite. Während Quell in ihrem Transporter sitzt und sieht, dass dann TIE-Fight an ihr vorbeifliegt und sagt, das ist Thorin Keyes. Den habe ich sofort erkannt. Also, das war für mich ein bisschen unplausibel, dass quasi Thorin bis zum Ende nicht weiß, dass Quell da ist, aber im Umkehrschluss schon. Gerade wenn es im Klappentext noch genau anders heißt. Also, er weiß ja noch nicht mal, dass Quell Mitglied der Neuen Republik ist. Zumindest habe ich das nicht aktiv rausgelesen aus dem Roman. Also, bis zum Ende nicht, bis sie sich wieder ihm anschließen will. Weiß er es nicht. Also, deswegen, ja. Also, ich finde Keyes auch bis jetzt noch eine etwas undurchsichtige Person, weil ich finde, er ist jetzt in diesem Roman komplett anders aufgetreten als im ersten noch. Auch wenn diese Devon-Sachen immer mal wieder hochkommen. Und vielleicht hat auch Erika's Erinnerungen an ihn im ersten Roman, vielleicht war die auch nicht immer ganz originalgetreu, weil wir es ja durch ihre Perspektive ihn hauptsächlich wahrgenommen haben. Aber er kam mir hier eher vor wie ein neuer Charakter als jemand, den wir schon kennen. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, für mich sind die rücksichtslosen Manöver und zu seinen Gedanken auch ein bisschen zu extrem für diesen eigentlich als sehr besonnenen, ruhigen, beschriebenen Mann. Also, ist mir auch direkt so aufgefallen, gleich so am Anfang mit diesen ganzen Ablenkungsmanövern. Und wir löschen hier irgendwie eine ganze Kolonie oder so aus. Das waren schon wieder eher so Norris-Schritte und nicht Soren Keyes-Schritte. Ja, er wirkte auch im ersten Roman noch sehr moralisch und sehr bedacht. Und er hat ja auch hier ab und zu mal diese Gedanken und setzt auch seinen Geschwader eben an die erste Stelle. Aber ja, es hat für mich nicht ganz zusammengefasst, wie er manchmal sich selber auch die Dinge zurechtgelegt hat. Wie ging es dir damit, Lukas, mit dem Zurechtlegen? Also, ich habe mir halt gedacht, vielleicht ist es so ein bisschen, ja, weil er halt diese Skepsis ihm gegenüber ist, dass er so ein bisschen overperformen will. Also, ein bisschen. Ja. Ich hatte das Gefühl, jetzt ist er wieder in dieser Rolle und begibt sich auch ein bisschen in die rein. Also, zwar als Berater, aber dass er trotzdem jetzt gewisse Sachen einfach erfüllen muss, die von ihm und dieser Funktion erwartet werden, die er jetzt hat. Da hätte man natürlich auch mehr, falls dem so wäre, dann hätte Fried da natürlich noch viel mehr Struggle reinbringen können, noch viel mehr inneres Hadern von ihm. Muss das jetzt sein? Oder rückdenken an die Erlebnisse aus diesen drei kurzen Momenten im ersten Band, wo er ja einem recht sympathisch und moralisch eben, wie ihr gesagt hattet, wird. Aber ja. Gut, es kann aber auch einfach der Rückfall oder der extreme Rückfall sein, dadurch, dass er halt, er hat versucht, mit Devin jemand anders zu sein. Er hat dann gemerkt, es funktioniert nicht, wo ich hingehe, muss ich gehen. Am Ende kommt sogar die neue Republik und will mich verhaften. Und deswegen ist sein Rückfall jetzt umso extremer wieder in diese alten Muster. Er sagt, also so aus dem Trotz raus, aus der Notwendigkeit raus, so sich selber auch einredet, ich habe eh keine andere Wahl, also muss ich jetzt hier für alles geben. Also, vielleicht liegt es auch daran so ein bisschen. Aber ja, mir kam es auf jeden Fall genau wie Patrizia am Anfang ein bisschen vor. Ich habe mich dann ein bisschen reingefunden in die Rolle, habe gemerkt, okay, vielleicht war Devin einfach nicht so, vielleicht war Devin Devin und nicht Soren Keyes. Also, dass er eher mit Devin eine Rolle gespielt hat. Und ja, er hat ja auch noch ab und zu, was Lukas ja gesagt hat, diese Gedanken, also gerade am Anfang, ich glaube, bei ihrer zweiten Mission, oder bei der ersten sogar schon, bei diesem ersten Ablenkungsmanöver, was sie da fahren, sagt er ja auch, diese Brückencrew hier ist komplett angespannt, die müssten mal über ihre Probleme reden, aber er hat jetzt gerade keine Zeit dafür, so nach dem Motto. Also, er hat scheinbar schon diese Eigenschaft, die Quell ihm ja auch zuschreibt, dass er seine Leute gut kennt und auch mit ihnen spricht. Nur hier konnte er sie wahrscheinlich auch wieder aus dieser Notwendigkeit, dieser selbst eingeredeten Notwendigkeit heraus, vielleicht auch nicht so ausspielen, wie er es früher gemacht hat, als das Imperium noch die dominierende Macht war, wo er viel mehr Zeit vielleicht dafür hatte, seine Staffel zu pflegen und jetzt irgendwie alles auf einmal regeln und lösen muss, nachdem Norris weg ist. Das ist auf jeden Fall eine super interessante Antagonistenperspektive, auch spannender als noch im ersten Roman. Die Grandmother, die fand ich ja eher stereotypisch, deswegen ist das hier ganz cool, dass man seine Perspektive auch einfach so ausführlich mitbekommt und mitbekommt, wie er Pläne schmiedet und wie er reagiert. Und was er so wahrnimmt und dass da einfach ein bisschen mehr, natürlich bestimmt auch schon im Hinblick auf den dritten Roman, einfach etabliert wird. Da bin ich dann auch sehr gespannt, wie er dann einfach in der neuen Dynamik mit Quell sich zurechtfindet. Absolut, ja. Und durch ihn, also wo die Großmutter immer so distanziert war, haben jetzt mit Keys wirklich Namen und nicht mehr nur die Codenamen für die einzelnen Teils, die sich das Alphabetgeschwader ausdenkt, wie Motte oder Blink, sondern wir kriegen ja plötzlich Gesichter, Geschichten, Persönlichkeiten. Das macht generell das Schattengeschwader einfach menschlicher und sichtbarer. Und das fand ich als Kontrast zum ersten Band, wo es ja genau andersrum war, auch mega spannend beim Lesen. Ja, tatsächlich, als ich angefangen habe, den zweiten Commander nach unserem ersten Podcast, wo wir den fertig hatten, zu lesen und du so Andeutungen gemacht hast, so mit dem, ja, wir bekommen jetzt auch die Perspektive der anderen, war ich tatsächlich fast ein bisschen enttäuscht, dass es dann nur Soren ist. Also klar, wir haben Namen und so zu den anderen, aber ich hätte auch so ein paar Point-of-View-Figuren-Dings vielleicht so aus Mottes Sicht dann noch gut gefunden. Wo man natürlich dann aber auch sagen muss, ja, dann haben wir irgendwie zwölf Point-of-View-Figuren. Das wird dann auch irgendwann ein bisschen viel. Vielleicht hätte man dann hier und da ein bisschen das Alphabetgeschwader zurückfahren können, aber ja. Ich habe mir dann fast schon so insgeheim erwartet, dass da noch ein bisschen mehr Point-of-View aus der Sicht des Imperiums kommt und nicht nur von Soren nach der Andeutung kleinerseits. Ja, verstehe. Ja, aber vielleicht ja auch im dritten, weiß ich nicht, glaube ich jetzt nicht, aber gut, dadurch, dass Quell jetzt wieder da zurück ist, haben wir zumindest schon mal zwei Point-of-View-Figuren aus Seiten des Imperiums. Also von daher, es wächst. Vielleicht mag sich ja noch jemand anschließen. Ja, weil Nures auch erwähnt wurde und dieser eher stereotypische Antagonist, das ist ja auch, wird ja auch nochmal so ein bisschen aufgegriffen von Keith selbst sozusagen, indem man sagt, ja, Nures kam mit diesem ganzen Guerilla-Ding, was wir uns jetzt hier, der neuen Realität, der wir uns jetzt gegenüber sehen, nicht zurecht. Deswegen hätte sie sowieso nie gewinnen können und er ist jetzt derjenige, der das akzeptiert und dann halt gerade am Anfang dauerhaft immer die gleiche Mission eigentlich fährt und sogar beim Angriff auf Troyfährt dann die gleiche Sache fährt. Immer wir haben ein Schiff zur Ablenkung oder eine Sache zur Ablenkung und wir wollen eigentlich das andere. Also hat sich ja durchgezogen. Wir lenken hier mit ab und holen uns die ausrangierten Ties, die da irgendwo rumschweben. Wir lenken hier ab und holen uns den Sternzerstörer und ja, so bauen wir langsam unsere Gruppe wieder auf. Auch wenn ich bei dem Sternzerstörer-Ding ein bisschen kurz mit dem Kopf geschüttelt oder kurz gerunzelt habe, die Stirn gerunzelt habe, okay, der ist jetzt aber nicht sonderlich gut beschützt. Und irgendwie habe ich auch die Situation nicht ganz verstanden, dass der da irgendwie stillgelegt ist, aber gleichzeitig sind auch die imperialen Soldaten an Bord. Aber außenrum ist scheinbar eine republikanische Flotte, die den bewacht. Also haben die den noch nicht geändert oder da war ich ein bisschen verwirrt, aber ja. Vielleicht war er erst kurz vorher stillgelegt worden und nur erst mal bewacht worden, keine Ahnung. Da war so ein bisschen... Ich habe mir diesen riesen Sternzerstörer vorgestellt und habe gedacht, der wird von zwei oder drei kleinen republikanischen Schiffen verteidigt. Okay, dann kann er ja nicht so wichtig gewesen sein. Gut. Wie sieht es denn jetzt aus dafür, dass Sorin keine Sympathie mehr fürs Imperium hat? Also es macht er ja nicht nur einmal deutlich. Er ist jetzt nicht so ehrfürchtig gegenüber dem Abgesandten des Imperiums wie Norris. Ich finde es logisch, weil das Imperium existiert ja an sich nicht mehr so wirklich. Also es existieren ja nur noch die einzelnen Kampfverbände und die einzelnen Kommandanten. Und er sieht das ja, der ja auch schon außerhalb dieser Struktur war. Also Norris und alle anderen Piloten vom Schattengeschwader waren ja auch schon... Die blieben ja an dieser Struktur und er war ja als Devon unterwegs und kommt wieder und weiß eben, wie es aussieht und ist ja auch nicht blöd oder fanatisch. Insofern passt es schon für mich. Allerdings, was ich mir von Band 3 erhoffe oder auch irgendwie erwarte, auch wenn ich es nicht weiß, weil ich als der Erschienen nicht viel zu gelesen habe, würde es für mich ganz spannend machen zu sehen, wie das ist, wenn er jetzt im größeren Kontext wieder mit anderen restimperialen Truppen zusammenarbeiten muss. Also wie das dann aussieht mit der Loyalität, was ja auch durch den Sloan-Cameo, ich weiß gerade nicht mehr, ob sie nur erwähnt wird oder wirklich vorkam. Am Ende sprechen sie. Das ist, glaube ich, ein Hologramm, also die telefonieren. Genau, das wird ja angedeutet. Und das finde ich dann spannend zu sehen, wie das ist, wenn eben das Imperium im größeren Kontext mit ihnen wieder zu tun hat. Ja, ich fand es auch nachvollziehbar, dass er, wenn er schon so als Stratege aufgebaut ist, auch eben nicht blöd ist und das erkennt, dass das Imperium zerfällt, mehr aus Loyalität den Leuten gegenüber zurückkehrt als aus Loyalität dem Imperium gegenüber. Und ich finde, dass er schafft auch so eine ganz gute, ja, wie schon fast eine kognitive Dissonanz, dass er eben weiß, er kämpft ja eigentlich für was, das gar keinen Sinn mehr hat, dafür zu kämpfen. Aber er macht es trotzdem und rechtfertigt sich das. Das ist auch eine spannende Ausgangslage für den nächsten Band. Das auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt auch auf den nächsten Band und vor allem auch der Wandel. Also es gibt ja so einen kleinen Wandel am Ende, habe ich den zumindest so wahrgenommen. Erstmal dadurch, dass er halt mit Sloane, Sloane, mein Gott, Kontakt aufnimmt, weil es ihm ja angeblich der abgesandte Simparators gesagt hat. Das heißt, am Ende ist er dann auch darauf aufgesprungen, was der ihm vorgibt. Und, aber was meiner Meinung nach viel mehr dazu beigetragen hat, war das Opfer, beziehungsweise die Hilfsbereitschaft von Farah Yadis oder Yadis oder ich weiß gar nicht, wie wurde die ausgesprochen im Hörbuch? Yadis im, ja genau, Yadis. Die er quasi durchschaut, dass er eigentlich gar nicht vorhat, Troif zu befreien und zu helfen, sondern eigentlich nur das Schattengespart, der er wegbringen will. Und dann aber am Ende sagt, ja komm, mach. Es ist wichtiger, dass ihr hier wegkommt als dieser kleine Planet. Wo er dann merkt, es gibt trotzdem noch Loyalität und beziehungsweise einfach der Glaube in vielen Leuten, dass das Imperium noch der richtige Weg ist. Und vielleicht auch dadurch wieder ein bisschen mehr inspiriert ist, als es vielleicht am Anfang noch war, wo irgendwelche Leute da Blutopfer vor dem Abgesandten des Imperiums ausgebreitet haben, wo wir gedacht haben, was ist das jetzt hier für ein Kult geworden? So, dass da doch richtige Menschen dahinterstehen mit richtiger Hoffnung. Also vielleicht ist es da doch ein bisschen mit ihm durchgegangen, die Loyalität zum Imperium wiederzufinden. Aber mal schauen, wie sich das dann, wie Lukas sagt, vielleicht im nächsten Roman mit der Interaktion mit anderen Imperialen und vor allem dann auch dem Problem, ja zeigt, dass andere Imperiale dann vielleicht höher gestellt sind als er und bestimmte Sachen meinen besser zu wissen und wie lange dann die Loyalität tatsächlich hält. Und der Abgesandte wiederholt am Ende ja auch den Befehl zur Operation Asche, ne? Ist das schon ein Vorzeichen? Haben wir hier schon unseren Plot für Folge, äh, für Folge, sag ich, für Ausgabe 3 und beziehungsweise für Buch 3, Ausgabe 3 Podcast? Ich glaub, das Ding ist einfach kaputt, aber ja, man kann auch ein Vorzeichen drin sehen. Ja, vielleicht befiehlt er ja wieder so was Ähnliches. Aber es ist ja wie ITO, der hat ja auch am Ende seine Erinnerungen verloren und dann einfach wieder Dinge aus der Vergangenheit angefangen zu erzählen. Da hab ich so ein bisschen eine Parallele gesehen, dass dieser Messenger-Droide des Imperators auch einfach die Dinge der Vergangenheit wieder wiederholt. Aber ich bin mal gespannt. Das können wir wahrscheinlich dann im nächsten Podcast nochmal analysieren, ob's da wieder Parallelen gibt. Sodass Kies auch das nochmal schön mitmachen darf. War ja auch das zentrale Thema des Romans an vielen Stellen, ja. Genau, und Quell dann wieder vor der Wahl steht. Also das könnte man dann schon so als Rahmenhandlung vielleicht ganz gut benutzen. Ja, also ich bin gespannt. Kies auf jeden Fall eine sehr spannende Figur. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen inkonsistent gegenüber seiner Person als Devin und wie ihn Quell im ersten Roman immer beschrieben hat. Aber gut, vielleicht ist das jetzt einfach der echte Kies, den wir jetzt kennenlernen. Und vielleicht auch der aus der Not getriebene Kies. Gut, kommen wir doch zu unserer altseits beliebten Hauptfigur aus Star Wars Rebels, Hera. Die muss einfach mitbesprochen werden. Die war ja im ersten Roman auch schon präsent. In dem jetzt ein bisschen weniger. Weil sie gerade mit einem Videospiel beschäftigt ist. Ja, genau. Sie ist gerade zocken. Zwei dumme Ein-Gedanke. Sie ist gerade den Star Wars Squadrons zugegen und kümmert sich um den Bormeer-Sektor. Also sie hat auch nicht mal Ruhe. Ich habe mir mal aufgeschrieben, sie ist mal kurz weg. Da lässt man die einmal alleine über Troif schon. Geht alles den Bach runter. Also Hera, am besten müsste sie die Zellteilung betreiben, damit sie überall sein kann. Vielleicht kann ihr in ein paar Jahren ihr Sohn helfen. Genau, also sie ist mit der Vanguard-Staffel beziehungsweise Vorreiter oder Vorhut-Staffel unterwegs und ist aber, wenn sie auftaucht, noch genauso gut geschrieben. Also gerade so die kleinen Details, die gefallen mir halt einfach. Da weiß man, der Freed guckt schon oder kennt sich aus im Kanon, wenn sie sein Spiel einfach mal die Jedi erwähnt werden, als es um Machtkulte geht. Und dann denkt sie halt auch kurz an die Jedi und hat einen traurigen Blick, weil sie halt, weil wir wissen, weil sie in dem Moment an Kanon denkt oder sowas. Das sind halt diese kleinen Momente, wo man merkt, das ist trotzdem sehr, sehr, sehr gute, detailreiche Arbeit, die er da macht. Und das merkt man halt primär bei den Figuren. Ja, ich fand Hera auch super. Ja. Auch gerade so am Ende wird ja noch mal klar, fand ich, als sie mit Nath geredet hat, dass sie zwei wie so ein bisschen die Elternfiguren der beiden anderen sind. Also Chas and Will und nennen sie, glaube ich, auch Kids. Das fand ich total süß. Aber man merkt einfach, dass Hera so diese einerseits sehr, sehr schlaue Taktikerin ist, aber andererseits auch einfach das Wohl ihrer Leute am Herzen liegen hat. Und das fand ich total schön beschrieben. Wenn sie dann da war, fand ich sie auch sehr, sehr konsistent. Absolut. Ja. Ich meine halt nur, man merkt, gerade bei etablierten Figuren, die man aus anderen Medien im Fokus kennt, wo halt dann die Detailarbeit reinfließt. Also ich meine, dass jetzt Freed by Quell und so kleine Details reinstreut, das ist klar, das kann man auch machen, weil es ist eine eigene Figur. Aber dann halt etablierte Figuren so gut aufzugreifen, das ist dann immer noch eine weitere Hürde, sozusagen. Und die gelingt ihm hier wieder gut, genau so im ersten Roman. Und ja, am Ende dann auch das Gespräch und ihr zur Rettung eilen, sozusagen, auch schön eingefangen. Und dass sie sich auch trotzdem Schuldgefühle macht. Obwohl sie ja eigentlich gar nichts dafür kann. Sie war ja nicht mal da. Aber genau deswegen macht sie sich ja Schuldgefühle. Also auch das noch, obwohl sie da eigentlich schon seit vielen Jahren so eine erfolgreiche Generalin ist für die Rebellion oder jetzt die neue Republik, ist sie sich immer noch nicht sicher da, ob sie die richtigen Entscheidungen teilweise trifft. Und ja, gut. Haben wir noch eine Figur vergessen, die euch vielleicht wichtig wäre? Ein Event, das euch wichtig wäre? Ein Plotpunkt, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir alle besprochen. Ja, was aber dir auch nichts einfällt. Ich bin chronologisch durch meinen Routizbuch gegangen, habe auf Basis dessen den Rundown geschrieben. Das heißt, wenn ich es nicht aufgeschrieben habe, und das ist sehr unwahrscheinlich, dann dürfen wir nichts vergessen haben. Dann kommen wir doch zu einem kleinen Fazit und Ausblick. Also, Lukas, du hast gesagt, im Vergleich zum ersten hat er dir ein bisschen weniger gefallen, zumindest in Zahlen, also im Ausdruck an Holokrons. Würdest du es unterstreichen weiterhin? Also die Rezension ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her oder ein dreiviertel Jahr fast. Naja, was heißt weniger gefallen? Also der Flow bleibt derselbe, das Gefühl, was der Roman bei mir auslöst, es bleibt derselbe, wie gern ich den Figuren folge. Es war nur so, dass er eben manchmal diese Hänger hatte im zweiten Teil. Also ich sage immer Story-Schluck auf. Und dass ich eben das Gefühl habe, dass Freed die Themen Macht und Mystik, die ja in Mittelteilen von Star-Wars-Trilogien auch immer eine größere Rolle spielen, als im ersten oder dritten, wie schon in der alten Trilogie, also der Episoden-Trilogie. Ja, das hat halt den Gesamteindruck oder wenn ich mit nüchternem Blick drauf gucke, ein bisschen getrübt, aber alles in allem ist er schon auf demselben Level wie Band 1 und sollte gelesen werden. Da kann ich nicht viel hinzufügen. Direkt nach dem Lesen dachte ich, für einen Moment, dass ich den sehr, sehr viel besser fand als den ersten Teil, aber nachdem es dann nochmal so ein Tag gesagt ist, ich habe es ja auch gestern Abend erst beendet, das Buch, finde ich, wenn man die Handlungen sich anschaut, sind da einfach so ein paar mehr holprige Stellen drin, weswegen der einfach insgesamt als Gesamtwerk vielleicht nicht ganz so gut ist. Das klingt immer ein bisschen harsch, weil das sind einfach beides extrem gute Romane und ich fand auch die Charakterentwicklungen sehr spannend. Es ist einfach ein bisschen anders. Es ist nicht mehr dieses Zusammenwachsen der Truppe, sondern das ist das Wachsen der Charaktere für sich und wenn man das weiß, hat man an beiden Romanen, glaube ich, gleich viel Spaß. Ja, also stimme ich zu und ich glaube, dieses holprige Gefühl kommt einfach auch durch diese doch starke Komplexität. Wir hatten im ersten Roman ja nicht so den Fokus auf die Bösen. Wir hatten zwei, drei Knurris-Kapitel. Jetzt haben wir ganze Keys-Kapitel, die sich nur mit ihm beschäftigen und ich glaube auch, ich glaube, Patricia hat im Vorgespräch geschrieben oder gesagt, ich will gar nicht wissen, wie das Mindmap oder die Planung von Freed aussieht für diesen Roman, weil ich gesagt habe, es ist schwer, diesen Roman systematisch zu besprechen und genauso schwer ist es, glaube ich, ihn zu schreiben oder noch schwerer auf jeden Fall, weil das ist so komplex durch diese ganzen Szenenwechsel und wo es gerade wäre und dass dann vielleicht trotzdem mal was durchrutscht mit, dass jetzt plötzlich jemand schneller irgendwie da ist, obwohl die anderen noch, ich glaube, es gab auch mal einen Moment, also wir hatten häufiger, dass irgendwas passiert ist und dann wurde in den Unterkapiteln danach immer rückwirkend erklärt, was hat die Person während des gemacht, was passiert ist, aber immer nur innerhalb eines Kapitels, aber irgendwann gab es von einem Event, wo irgendwie zwei Kapitel zurückgegangen wurde und dann die andere Figur zu dieser gleichen Zeit irgendwas erlebt hat, wo ich gedacht habe, das passt jetzt aber nicht ganz so. Ich kann es leider nicht mehr sagen, wo es war, aber mir kam es so vor. Deswegen, ich glaube, das rutscht einfach dann auch mal durch bei dieser riesen Komplexität und dann kommt halt, wenn man das in einem Rutsch liest und nicht der Autor ist, halt diese holprigen Stellen vielleicht mal mehr ins Auge, mal weniger, je nachdem, welchen Fokus man gerade halt auf diesen Abschnitt legt. Daher kann ich mir das schon erklären. Aber für die Komplexität und die Charakterarbeit und die Art einfach von Star Wars Roman, der so komplett anders ist, ist es immer noch ein sehr, sehr gutes Werk und weiterhin eine absolute Leseempfehlung für die Trilogie. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der dritte Teil da wesentlich schlechter wird. Das heißt, auch von mir nochmal eine Leseempfehlung an der Stelle. Habt ihr drei, könnt euch an die Wand hängen. genau, also dem Geschehen folgen. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Also, wo ist denn jetzt das, einmal wieder ein bisschen Spekulatius nochmal werfen, wo ist denn jetzt das finale, die finale Schlacht mit dem Schattengeschwader? Gibt's sowas überhaupt? Also, glaubt ihr, es kommt am Ende zu einem großen Showdown zwischen Alphabetgeschwader und Schattengeschwader oder sagt Frieden, nee, das ist zu klassisch, damit fangen wir gar nicht erst an? Ich wünsche mir so sehr, so sehr, dass es auf Jakku stattfindet. Du meinst, dass auch der Roman dann in Jakku mündet sozusagen? Ja, also dass sowohl die Alphabetstaffel als auch Schattengeschwader bei Jakku, bei der finalen Schlacht des Bürgerkriegs in diesem ganzen Schlachtgewusel aufeinandertreffen und da ihre persönliche Vendetta noch abziehen, das würde ich mir ziemlich episch vorstellen und wir hätten endlich, hoffentlich, literarisch wertvollen Beitrag zu dieser Schlacht. Das würde ich mir sehr wünschen und würde dann auch gleichzeitig passen, weil dann die Trilogie mit dem Ende des Krieges endet und wir dann eben für viele Figuren das danach noch anreißen können, zumindest die Überlebenden, spiegle ich mal, sodass wir dann sehen, wo sind die dann im direkten Nachspiel der Schlacht. Das fände ich sehr, sehr schön. Spannend, ja. Hatte ich noch gar nicht so dran gedacht, dass man das ja auch einfach in Jakku münden lassen kann. Ich habe mich gefragt, ob es eventuell nach Coruscant geht, weil das auch in dem Roman jetzt ein paar Mal thematisiert wurde, dass schon so spekuliert wird, ui, unsere nächste Mission wird definitiv auf Coruscant sein. Das ist hier gerade alles nur Vorbereitung da drauf, ob das da vielleicht eine kleine Meta-Ebene sein wird, dass der nächste Roman tatsächlich auf Coruscant oder um Coruscant stattfindet. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch noch mal aufgegriffen wird, was dort passiert. Aber ich finde auch die Jakku-Idee total spannend. Bei Jakku wird es halt dann langsam voll. Ich meine, Iden Versio ist ja da auch noch beschäftigt mit ihren ehemaligen Staffel-Mitgliedern sich ein Battle zu liefern, während die Schlacht tobt. Aber es war ja auch genug los auf Jakku. Da kann man bestimmt einen Ort finden, wo auch der Schattengeschwader noch kämpfen kann gegen das Alphabetgeschwader. Ich glaube, als Sloans auftauchen ist ein ziemlich deutlicher Hint in die Richtung. Ja. Man weiß ja auch nicht, vielleicht gibt es auch noch mal einen größeren Zeitsprung, kann ja sein, jetzt zum dritten Roman. Dann würde es ja auch passen. Genau, was ich noch überlegt habe, war, was macht jetzt eigentlich die Rückkehr von Quell, jetzt nicht nur mit Quell und ist es jetzt ein Inside-Shop oder nicht, sondern auch mit Keys? Also, macht ihn das jetzt unsicherer am Ende? Macht ihn das, weil er wollte ja ja eigentlich helfen, dadurch, dass er gesagt hat, hey, geh mal hier raus, das ist nicht das Richtige für dich. Und jetzt kommt sie wieder angerannt quasi. Also, wie reagiert er darauf? Habt ihr da irgendwelche Vermutungen? Ich sehe gerade noch gar nicht, wo das hingehen soll und das macht es für mich auch so spannend, dass wir jetzt noch nicht wissen, okay, der wird jetzt auf jeden Fall positiv reagieren oder negativ reagieren oder auch, wie wird Quell drauf reagieren? Hat sie sich einen Plan zurechtgelegt oder nicht? Dass es einfach gerade alles noch sein könnte und so unvorhersehbar ist, das macht es jetzt für mich total spannend, dann auch den dritten Teil bald anzufangen. Also, ich finde es nur konsequent, wenn es jetzt für Quell wieder dort ist, wo es am Anfang des ersten Mannes war, also, dass sie sich erst reinfinden muss, niemand glaubt ihr so ein bisschen, auch Kies ist misstrauisch und schaut, okay, die war jetzt so lange beim Feind und hat gegen uns gekämpft, war bei Panemnai dabei und dass sie eben nicht wirklich dazugehört, das wird jetzt, glaube ich, am Anfang des dritten Romans erst mal Thema. Da bin ich mal gespannt, aber am Ende erwarten wir, glaube ich, hier alle kein Happy End, oder? Also im klassischen Sinne von Friede, Freude, Eierkuchen? Nee. Ich denke schon, dass es zufriedenstellend auserzählt wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht nicht alle es aus der Handlung raus schaffen. Ja. Ja, wenn man sich auch Battlefront Twilight Company anschaut, wo Friede einen Roman statt drei Zeit hatte dafür, ich weiß nicht, wie gut du dich erinnerst, Tobias, aber mir nicht. Nicht gut. Am Ende des Romans sind sehr viele tot und auch kurz vor Schluss sterben noch mal sehr viele und die entscheidende Schlacht auf Solos, die wird zwar gewonnen, das Ziel wird irgendwie erreicht, aber er endet trotzdem mit so einer sehr düsteren, schweren, verlustreichen Atmosphäre. Ja, also da kommt auf jeden Fall was, ich glaube, wir können sicher sein, dass Chess nicht stirbt, aber ansonsten alle anderen vielleicht schon. Plotarmer mal anders. Gut. Ja, aber jetzt als letzte Abschlussfrage noch so ein bisschen, ist es, also ist diese Romanreihe jetzt nach zwei Romanen für euch so, kann man das als Star Wars Literatur bezeichnen oder ist es eher so, fehlt da dieses magische Space Opera mäßige, dieses vielleicht auch dieser Funken an Positiven, der vielleicht in allem wohnt oder es ist so, ja, weiß nicht, weil es fühlt sich ja doch schon ein bisschen anders an, ich kann es halt immer schlecht einordnen für mich, deswegen stelle ich die Frage einfach mal, es fühlt sich jetzt nicht so an wie der klassische Star Wars Roman, den ich aus der High Republic aufhebe oder so, sondern da ist schon ein bisschen eine andere Philosophie, glaube ich, einfach dahinter. Ich finde, genau das macht diesen Roman so wichtig und genau deswegen sollte es so eine Reihe geben, weil wir genau das eben nicht so oft sehen und wir auch mal die schlimmeren Folgen des Krieges mitbekommen und die psychischen Folgen davon und auch die Taktiken, die da eben gefahren werden müssen, die in Filmen meistens relativ stringent sind, wo dann einfach nur ein bestimmtes Ziel gesetzt wird und angegriffen wird und dann funktioniert es oder es funktioniert nicht und hier hat man eben ganz viele Abzweigungen und lässt sich wirklich Zeit, das alles auszuarbeiten und es braucht ja auch nicht immer die Jedi und die Macht und diese ganzen mystischen Aspekte, die hier auch ein bisschen eingestreut sind, aber für mich hätte es das jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, um das einen wertvollen Star Wars Roman zu machen. Deswegen finde ich auf jeden Fall, dass es dazu passt, auch wenn es mal eine ganz andere Seite von Star Wars ist. Gehe ich absolut mit. Also ich finde ja schön, wie viel Star Wars immer ist und wie viele Aspekte allein schon in der originalen Trilogie stecken und wie sich eben Romane wie diese einen davon aussuchen und den dann konsequent zu Ende denken oder auserzählen, genauso wie wir es ja hier haben. Geht mir ähnlich. Also wie gesagt, mir macht der Roman Spaß. Ich stelle mir halt immer so die Frage, ob es dann wieder Leute gibt, die sagen, das ist jetzt nicht mehr mein Star Wars. Das gibt es bestimmt, aber gibt es ja bei allem eigentlich. Also es ist jetzt auch wieder keine schwere Kategorie, da reinzufallen, zu sagen, das ist nicht mein Star Wars, weil jeder sagt das zu irgendwas. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl, als ich bei anderen Star Wars Romanen habe, sowohl im positiven als auch ja eigentlich nur im positiven. Weil mir wird ja dadurch nichts weggenommen. Ich kann ja die anderen Romane immer noch lesen. Von daher ja, also wieder ein sehr starker Roman, wieder ein sehr ausgiebiges Ausgelesen zu dem Thema. Wir nähern uns dem Finale. Leider für Lukas und mich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ein paar Wochen hin, bis der Roman überhaupt erst mal auf Deutsch erscheint. Patrizia kann sich ja jetzt gleich reinstürzen in die englische Version. Genau. Wir sind aber für euch hier und lesen lieber über die Leitstern als über die Loadstar. Oder vielleicht hat er sich jetzt auch wieder umentschieden. Das kann ja alles passieren. Könnt ihr mal berichten. Ja, berichten wir dann auf jeden Fall. Wir bedanken uns auf jeden Fall erst mal fürs Zuhören. Wie gesagt, die Reihe geht hier noch nächsten Monat zu Ende. Also schaltet da auch unbedingt wieder ein und lest bis dahin auch den Roman. Denn wenn ihr das hier hört und wenn der Patrizia erschienen ist, ist der dritte Jahr auch schon lange schon draußen. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Ausgabe des Chattercast wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.